So, jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei der Firma Renkfoto Schattke in Cuxhaven zu unserem nächsten YouTube Live Talk. Heute mit Martin Wagner, dem Leiter für Trends und Trainings der United Imaging Group. Ich freue mich, ihn heute mit da zu haben. Es war eigentlich so geplant. Am 1. April 2020 hätten wir unser 50-jähriges Firmenjubiläum in Cuxhaven gehabt und da war eine große Veranstaltung mit ihm geplant. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir ihn heute zwar nicht virtuell bei uns haben, aber wir fahren ab morgen dann die 50 plus 1. Wir werden heute Abend so eine kleine Reise in die digitale Fotografie starten, versuchen einen guten Abspann über alles zu geben. Wir freuen uns über eure Fragen und ja, ich würde jetzt Martin ganz gerne begrüßen, wenn er sich dann dazu schaltet. Er sitzt in der Zentrale in Fürth und wird sich jetzt virtuell dazu schalten. Genau, nach den ersten, so klappt das, jetzt sind wir hier coronamäßig perfekt nebeneinander, obwohl wir 650 Kilometer sind, glaube ich, getrennt sind. Wen es interessiert, können wir nachher ja auch noch mal kurz über die Technik sprechen und warum ich wie im echten Leben deutlich schärfer bin als der Ralf, können wir dann auch noch besprechen. Er ist nämlich per Zoom zugeschaltet und der Stream läuft von mir aus. Deswegen sehe ich natürlich deutlich besser aus, das ist ja klar. Ja, herzlich willkommen und freue mich ganz besonders, dass wir, wenn auch mit, man muss sagen, einem Jahr Verspätung das Ganze machen, hat aber den Vorteil, dass wir natürlich top aktuell sind. Nein, ich habe nicht den Vortrag, den wir vor einem Jahr uns angehört hätten. Ihr wisst es alle, es gibt sehr, sehr viele Neuigkeiten seitdem und ja, ich glaube, darauf hofft ihr auch ein bisschen. Und ja, von mir aus, also auch noch mal, ich darf dich mal kurz wegblenden während der Vorstellung. Ja, da kannst du schon mal gucken und in den Chat hineinschauen, was es da Neues gibt. Ja, wie gesagt, auch von mir, herzlich willkommen erst mal zum Live-Talk und der Auftrag war ja gewesen, aktuelle Fototrends und Neuheiten uns einfach mal anzuhören. Und wichtig ist mir, das Ganze soll auch interaktiv sein, Fragen aus dem Chat. Machen Sie mit, der Ralf wird die ganze Zeit in den Chat reinschauen und mir die Dinge ins Ohr flüstern, die denn da so wichtig sind, beziehungsweise ihr hört es ja dann auch und seht das dann auch. Ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin, ja, irgendwann mal geboren worden, das ist lange her. Jüngster von vier Kindern, hab dann in der Schulzeit schon ein bisschen so was Medizinisches gemacht. Ja, Musik haben wir auch immer ausprobiert. Hab dann, wie sich das damals gehört hat, intensiven Militärdienst gemacht. Da aber nicht nur das Thema Abseilen, sondern auch verkehrt rum Abseilen haben wir da geübt und aus Flugzeugen oder wie in dem Fall hier aus Helikoptern springen. Also all das haben wir gemacht. Hobbymäßig bin ich sehr gerne, wenn es denn jetzt so ginge, in den Bergen unterwegs. Bin dort auch auf höheren Bergen gerne mal. Ja, und genieße das Ganze mit dem Thema Fotografie. Und ihr habt das große Glück, dass ich hier nicht genommen wurde. Ich war einfach überqualifiziert und deswegen sind wir heute hier gemeinsam da. Und das Ganze ja zu einer Zeit, wo ja Reisen und gerade Flugreisen ja dann doch nicht wirklich so sind, sondern eher auf diese Art und Weise gemacht werden. Das ist also so ein bisschen das Grobe. Ich schalte noch mal ganz kurz den Ralf dazu, um zu horchen, ob die Technik im Hintergrund gut funktioniert. Es funktioniert. Also ich sehe jetzt, nachdem wir am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten haben. Genau, das Internet war mal kurz weg. Da hatten wir schon leichte Schweißperlen auf der Stirn. Richtig, genau. Also läuft, Chat funktioniert auch, alles fein. Dann darf ich dich wieder kurz wegschalten, um am Anfang einfach mal so fünf Minuten will ich mal so den groben Überblick bringen und das, was eigentlich ja wichtig ist in der Fotografie, worum es eigentlich geht. Nämlich einfach nur das, was wir rund um uns haben, sprich das Licht durch Zeit, durch Blende und natürlich früher war das die Filmempfindlichkeit, heute halt die ISO irgendwie auf unseren Sensor oder aber auch, kommt ja langsam wieder ein bisschen intensive, auf Film zu bannen. Und gleich am Anfang möchte ich eines sagen. Die Kameras können noch so gut sein. Keine Kamera der Welt kann korrekt belichten. Deswegen, das will ich gleich schon direkt am Anfang mal weg haben. Und dazu machen wir auch gleich einen kleinen Test, damit ihr auch bei dem schönen Wetter, die meisten werden jetzt sicherlich auf der Terrasse sitzen und den Abend genießen. Normal wärmer im Biergarten, geht ja nicht. Also da kann man sich jetzt auch solche Videos anschauen. Thema Licht nämlich. Und dann machen wir hier einfach mal einen Test. Schaut euch das mal an. Guckt da auf euer mobiles Endgerät, auf euren Monitor und guckt einfach mal, welche der beiden Flächen ihr heller findet. Obere oder die untere. Und dann macht mal bitte folgenden Test. Geht einfach mal hin und macht mit dem Finger. Ich mache jetzt mal mit dem Arm. Ihr macht das jetzt direkt mal mit dem Finger bei euch. Diese Kante verdecken. Und guckt euch dann mal an, wie das aussieht. Und trotz YouTube-Algorithmus und Kompression und so weiter, müsste man das sehen, dass wenn ihr das mit Kante schaut, müsste eigentlich, und vor allem, wenn euer Belichtungsmesser im Hirn richtig arbeitet, müsste eigentlich das untere für euch heller wirken als das obere. Und wenn ihr das zudeckt, müsste es eigentlich oben und unten gleich hell sein. Und das ist natürlich was ziemlich Abgefahrenes, weil kein Belichtungsmesser der Kamera kann nämlich so messen, wie wir sehen. Wir sehen hier nämlich nicht einfach hier eine Monitoroberfläche, die natürlich zweidimensional nur ist, sondern wir denken, das wäre ein konischer Körper, der so leicht nach vorne geneigt ist, von hinten beleuchtet ist. Das erkennen wir ja hier an dem Schatten und an dieser hellen Kante. Und dann denken wir halt einfach, naja, wenn die Belichtung, die Beleuchtung, Entschuldigung, die Beleuchtung so ist, dann ist das untere vermutlich heller. Dabei sind aber beide Flächen identisch in der Helligkeit. Oben und unten gleiche Helligkeit. Unser Belichtungsmesser sagt aber, das kann ja nicht sein, weil wir denken ja, das ist ein konischer Körper. Also, wenn das gleich hell wäre, müsste der unten ja dunkler sein. Dadurch, dass der aber jetzt gleich hell ist, machen wir da ein Heller draus. Das kann logischerweise keine Kamera der Welt, funktioniert da natürlich nicht. Deswegen, keine Kamera der Welt kann richtig belichten. Und das ist das Entscheidende. Wenn man das einmal kapiert hat, gibt es einem eine unendliche Freiheit. Nämlich der Einzige, der richtig belichtet, das seid ihr. Mit eurer Entscheidung, ob ihr Schwerpunkt auf die Lichter, auf die Schatten, irgendwo mittendrin das legt und so weiter. Und das Ganze natürlich noch gekoppelt mit der Bildgestaltung, wo wir also sagen, ja, wir wollen ein Teil für das Ganze stehen lassen oder aber Thema einfach die Wiese abbilden. Das ist das, was wir ja können, was wir machen bei der Belichtung. Und Belichtung, da steckt es ja schon drin und in der Fotografie steckt es ja auch drin, mit Lichtschreiben. Das ist das, was wir halt machen, nämlich mit Licht und Schatten arbeiten. Und ja, Sunny und andere Hunde wird man häufiger noch sehen in dem Vortrag. Und Sunny muss dann auch immer herhalten. Sie ist auch gerade hier, also wenn ihr irgendwo im Hintergrund gleich schnarchen hört, sie ist mittlerweile 16,5. Das ist dann Sunny, die am Ratzen ist hier. Hier einfach kräftig unterbelichtet, um das Himmelslicht so ein bisschen zu dämpfen und einfach hier reingeblitzt. Also eine spezielle Art der Beleuchtung. Und das hier ist auch nochmal ein Beispiel. Das ist Red Rock Canyon in der Nähe von Las Vegas. Hier frühmorgens hingegangen, Sonnenaufgang fotografiert und so ein Heldenbild gemacht. Sieht super aus, ne? Das sieht nur so super aus, weil wir hier mit Licht gearbeitet haben. In Wirklichkeit sah das nämlich so aus. Ein ziemlich langweiliger Morgen. Und dadurch, dass wir, ich mach nochmal zurück, hier gnadenlos unterbelichtet haben, sodass hier alles viel zu dunkel ist, wir aber einfach mit einem Blitz aufgehellt haben, konnten wir natürlich erreichen, dass wir dann auch hell waren, richtig belichtet waren mit dem Licht. Und das natürlich, ja, deutlich interessanter aussieht als dieses. Da zeige ich euch auch gleich nochmal ein anderes Beispiel von einem Freund aus Australien, der dort eine Workshop-Firma hat, die Great Photo Workshops. Diese beiden Bilder, die ich euch jetzt zeige, sind im Abstand von etwa zwei, drei Minuten gemacht. Nicht mehr. Haben aber eine komplett andere, ja, Wirkung, weil sie unterschiedlich belichtet und beleuchtet wurden. Also diese Kombination ist immer wichtig. Das schauen wir uns auch gleich mal live an. Wir haben hier nämlich, ja, ein sehr hartes Licht. Damit man auch das wirklich verfolgen kann, hat er hier mit direktem gerichtetem Licht gearbeitet. Normalerweise hätten wir das in der Softbox. Wir sehen es hier, dass das sehr hartes Licht ist. Aber das wurde hier mal bewusst gemacht, um das auch zu zeigen, dass das hier wirklich so entsprechend beleuchtet wurde. So, und zwei Minuten später, andere Kamera, anderer Standort, andere Belichtung, sieht das Ganze dann so aus. Das ist eure Entscheidung, wie ihr belichtet, wie ihr beleuchtet. Und diese Kombination ist wahnsinnig wichtig. Und wie gesagt, wir gucken es uns auch gleich mal live an, was wir hier so machen können, wie einfach eigentlich heute das Thema der Beleuchtung ist, weil wir ja, anders als bei den Blitzen, wo ich ein bisschen mehr Übung auch brauche, mit Dauerlichtern sehr, sehr einfach und schön beleuchten kann. Die haben natürlich nicht die Leistungsfähigkeit eines kräftigen Blitzes, aber im Innenraum, so wie wir es hier ja dann auch gleich machen, ist das also überhaupt kein Problem. Diese Dauerlichter, wie wir sie hier haben, so LED-Panels oder andere LEDs, die kommen oftmals mit unterschiedlichen Farbtemperaturen, ist gleich schon wieder das nächste, oder gar komplett farblich einstellbar. Das zeige ich aber auch gleich. Das sind Dinge, die heute natürlich unwahrscheinlich wichtig sind, weil jeder Vlogger braucht da ein vernünftiges Licht. Das ist ja so die typische Ausstattung. So ein kleines Stativchen, was ich auch dann in die Hand mal nehmen kann. Licht, Ton und die Kamera. In dem Fall eine Sony A7C. Aber das können natürlich auch viele, viele andere sein. Und die Lichtmöglichkeiten sind immer durchgeknallter. Hier jetzt von Aperture, die Accent B7C. Da gibt es einen schönen Koffer mit acht Stück drin. Das kann ich ganz normal in eine normale E27-Fassung reinmachen, ist aber eine LED-Leuchte, die ich komplett in allen Farben machen kann, die ich mit der gleichen Fernbedienung, mit der ich auch meine großen Lampen steuern kann, mit steuern kann. Also für sogenannte Practicals, also Beleuchtungen, die im Bild sichtbar sind, ist es natürlich ein absoluter Traum, weil ich hier dann entsprechend auch mit den anderen Beleuchtungskörpern meine Belichtung und Beleuchtung perfekt machen kann. Kleine Panels wie das Leo-Foto, das sind ja auch so typisch, diese On-Camera-Leuchten, aber auch seitlich dann irgendwie zu verwenden. Also gerade auch, wenn ich für meine Zoom-Konferenz da ein vernünftiges Licht haben will, ist das natürlich eine schöne Geschichte. Es gibt solche Dinge und da schalte ich hier mal kurz auf die große Kamera um. Es gibt Dinge wie hier, ihr seht, ich habe hier ein bisschen was, ich habe da mal was vorbereitet. Das ist ja so ein kleiner Koffer, ich gehe mal wieder auf die andere Kamera, gehe da wieder auf die Geschichte. Das ist so ein kleiner Koffer, in dem auch diese Lampen geladen werden. Die sind da also, halt, zack, so ihr seht es hier, magnetisch da dran, halt muss ich hier hin. Kann ich also irgendwo magnetisch unterbringen, ist natürlich auch mit Stativbefestigung und so weiter verfahren und kann ich auch dann über die App steuern. Ziemlich cool, ein Ding mit vier Dingern drin, gibt es natürlich auch mit zwölfen großer Koffer und wird auch gleich induktiv da drin geladen und ich habe sogar noch Lademöglichkeit hier fürs Telefon oder andere Geräte dann mit dabei. Das Ganze per Fernbedienung steuerbar. Ich hatte es eben schon auch bei der Glühbirne denn da angesprochen, also ziemlich cool. Was heute natürlich, und dann haben wir gleich auch das Thema mit den verschiedenen Beleuchtungskörpern durch. Was heute natürlich der heiße Scheiß ist, sind solche Ringlichter. Ringlichter wie zum Beispiel auch das Nenlight Halo 16. Das ist ja für sehr viele Vlogger das Beleuchtungsgerät der Wahl. Im professionellen Bereich haben wir natürlich gerne mehr Licht und da habe ich mit dem Ralf vorhin auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Das klassische Thema, was auch jeder Fotograf kennt, Dreipunktbeleuchtung, sprich Hauptlicht, Auferlicht und Haarlicht, so man auch die Haare hat, sonst ist es halt das Rückenlicht, das Streiflicht. Und das gucken wir uns auch gleich mal an, wie das Ganze funktioniert. Zunächst mal in der Theorie, also Hauptlicht, Auferlicht und von hinten unser Haarlicht. Das wird heute sehr gerne mit den größeren Lampen gemacht, weil ich hier natürlich ja wie bei einem Blitz verschiedene Lichtformer nehmen kann, von Fresnel vorsetzen, um das Ganze ganz klein zu machen, bis hin zu Softboxen, die natürlich dann auch richtig groß sein können und so weiter. Wie gesagt, wir schalten jetzt mal kurz um. Ich nehme mal diesen Rechner mit, mit dem schalte ich nämlich dann einfach jetzt die verschiedenen Kameras um, mache aber vorher noch unser Licht aus. Also wundert euch nicht, dazu mache ich vielleicht jetzt mal den Ralf dazu, weil der Rest wird gleich ziemlich dunkel, damit ich das Licht nämlich richtig vorführen kann, mache ich es euch mal ein bisschen gemütlich und mache hier mal, das war der falsche, zack. Ich habe hier auch noch ein schönes Licht, Martin, das halte ich nur mal ganz kurz in die Kamera von LanLight, die kleine Tube-Lampe, die auch regulierbar ist, auch in den Farben, auch sehr schön mal ein bisschen Lichtmalerei zu machen oder ähnliches, auch ganz praktisch mobil und kann ich notfalls auch mal auf ein Stativ schrauben. Das ist auch was ganz Tolles. Ja, meine ist größer. Ich mache mal dich weg und wie ihr seht, seht ihr nichts. Ihr seht aber gleich mich, gehen wir mal auf die Kamera, mich im Licht, damit ihr jetzt grob euch auch orientieren könnt, wo ich hier bin. So sieht das Ganze wieder im Studio aus. Ich habe hier einfach seitlich vor dem Greenscreen eine normale Papprückwand, die habe ich weiß, grau und schwarz. Die graue habe ich runtergerollt und da stehe ich jetzt und habe eine Flächenleuchte und vor mir steht eine Kamera, auf die ich jetzt schalte. Und da sieht das Ganze jetzt schön so aus. Irgendwas scheint mit der Technik ein wenig komisch zu sein, aber egal. Soll uns zunächst mal wurscht sein. Ich hoffe, das stabilisiert sich hier das Netz. So, jetzt gucke ich in die Kamera und das ist jetzt nur das Hauptlicht. Das sieht schön dramatisch aus, aber ist natürlich ja vielleicht zu dramatisch. Deswegen machen wir einfach noch mal als zweites Licht unsere Aufhellung von der anderen Seite. Das ist also etwa so 50 Prozent von dem Licht, was das Hauptlicht ist. Und das sieht schon mal ganz ordentlich aus. Noch schöner wird es aber mit dem Licht von hinten. Und da seht ihr, das ist hier quasi die Kante, die hier noch mal dazukommt, die da also schön stabil das Ganze macht und sehr, sehr goldig aussehen lässt. Und noch schöner wird es natürlich, wenn ich im Hintergrund etwas mache. Das ist ein grauer Hintergrund. Den habe ich jetzt einfach farbig angeleuchtet. Ich habe nämlich genau das, was der Ralf eben angesprochen hatte. Genau das habe ich hier in groß. Ich habe es natürlich wie der Ralf auch in klein. Das kommt ja in so einem schönen Beutelchen von Nanlite. Das ist nämlich eine Lampe, die ich beliebig verstellen kann von der Beleuchtung her. Wir gehen mal hier auf eine andere Farbe, wenn ihr sagt, Mensch, das hier ist, also ich hätte es gern so ein bisschen als Farbwechsler, kann ich das also machen. Je nachdem, was eure vielleicht auch Firmenfarbe ist, könnt ihr das also sehr, sehr schön machen. Sehr einfach, sehr schnell hier von der Beleuchtung her. Und wie so ein Ringlicht aussieht, zeige ich euch auch noch. Dafür mache ich mal diese beiden Lichter aus. Mein Rückenlicht und die Beleuchtung des Hintergrundes lasse ich mal an. Und dazu nutze ich jetzt einfach mal ein, ich zeige euch nochmal im Weitwinkel. Ich habe nämlich hier ein Ringlicht, durch das ich gerade filme. Und da gehen wir mal auf die App, damit ich das gute Stück anmachen kann. Das sieht dann so aus. Schwupp. Halt. Andere Kamera. So sieht die App dann aus. Mach scharf. So und unten sehen wir Elgato Ringlight. Und da drücke ich mal drauf. Und schon ist das an und viel zu hell. Jetzt machen wir den guten Fotografen Trick. Wenn die Brille reflektiert, einfach so ein bisschen nach oben setzen. Und jetzt reguliere ich die Helligkeit, sodass sie ordentlich ist. So, vielleicht ein bisschen. So. Und ich kann auch noch die Farbtemperatur einstellen, so wie ich das haben möchte. Also sehr einfach, sehr schnell, unterschiedliche Beleuchtungsarten. Und ihr seht hier, dieses Licht von hinten macht unwahrscheinlich viel aus. Ich mache es nochmal ohne. Das macht unwahrscheinlich viel aus. Das bringt Plastizität ins Bild. Das macht es also deutlich lebendiger, deutlich, zack, dreidimensionaler. Also das wirklich immer empfehlenswert. Deswegen klassische Dreipunktbeleuchtung. Oder wie hier, selbst wenn ich das Ringlicht habe, bitte auch dann möglichst von hinten nochmal ein schönes Licht drauf. Und wer kein Brillenträger ist, da sieht es natürlich dann noch doller aus. Wir machen das Ringlicht mal wieder aus. Wir gehen wieder auf die Weitwinkelkamera und ziehen hier rüber. Wenn schon Fragen sind zum Thema, wie hier jetzt zum Beispiel diese Dreipunktbeleuchtung, dann könnt ihr sie schon mal stellen. Der Ralf würde sie dann vorlesen. Genau. Also aktuell ist noch nichts da. Sehr gut. Ich finde das sehr, sehr interessant, Martin. Da sieht man einfach, wie wichtig das ist. Alleine beim Fotografieren, aber auch bei dem Live-Bild. Und das ist halt heute auch dieses schöne Thema, wie wir damit arbeiten können und wie schnell man die Effekte sieht und wie kompatibel das auch mit dem Handy ist und einfach zu steuern ist. Ich meine, du hast jetzt natürlich das perfekte Studio bei dir. Genau. Aber wir hatten ja deswegen auch hier diesen kleinen Bereich aufgebaut. Und dieser kleine Bereich, das ist das, was ich zu Hause ja auch locker am Schreibtisch aufbauen kann. Egal, ob ich das jetzt hier mit den zwei kleinen flachen Leuchten, das sind hier so, ihr seht es ja hier jetzt, zwei kleine flache Leuchten, auch zufällig Nenlides. Das eine ist eine Nenlides 600 CSA. Das andere müsste die 25er sein. Ja, Lumipad 25. Also saubere, ordentliche Geschichten. Da gibt es sogar eine noch neuere, die noch weicheres Licht machen kann. Das Mixpad 106. Das habe ich hier. Sieht im Prinzip genauso aus. Ist allerdings dann einstellbar, um noch weicheres Licht zu machen. Das ist dann nicht ganz so stark, aber gerade wenn ich das einfach vor meinem Schreibtisch habe, ist das natürlich einfach. Und sonst halt hier mit so einem Ringlicht, ist das also auch eine feine Geschichte. Das hier ist zum Beispiel auch dann dieses vorhin angesprochene Nenlide Halo 16. Hier kann ich nämlich auch für unterwegs dann mit Akku arbeiten. Das kann die Elgato. Das war eben eine Elgato-Lampe. Die kann das nicht. Hier haben wir auch Akkumöglichkeit. Das heißt, wir sehen, das von Elgato ist Zeug wirklich für zu Hause. Das hat überhaupt keine Idee, irgendwo unterwegs genutzt zu werden, sondern das ist wirklich für die Geschichte vor Ort im Studio oder aber am Schreibtisch einfach mal Licht machen und gut ist. Das gibt es natürlich auch als kleine flache Leuchte. Das sind auch Elgato Keylight. Die lassen sich dann alle auch per WLAN steuern. Alles easy. Aber hier, wie gesagt, sehr einfach mit geringem Platzaufwand kann ich das schön machen. Natürlich hier. Ich habe hier 8 Meter Greenscreen, weil wir hier auch größere Geschichten mal machen, um den entsprechenden Abstand zu haben. Und das sieht das Ganze schon mal toll aus. Und schon stehst du schön groß im Studio. Schon wieder da. Schon ist er wieder da. Auf 650 Kilometer Entfernung. Genau. Und wir machen uns mal einfach bei dir in den Laden hinein. Das sieht natürlich dann auch schön aus. Also da seht ihr mal, was da für Möglichkeiten denn da sind. Ach, liebe Grüße an den Martin Buschmann. Ich habe natürlich auch seitlich irgendwo den Chat laufen. Also hier die Möglichkeiten, die wir klassisch in der Beleuchtung haben. Bitte, bitte, bitte unbedingt nutzen. Weil das macht einfach wahnsinnig viel aus. Und wir gehen mal wieder auf die Präsentation. Und du meldest dich, wenn du wieder was hast. Ja. Die Lichter und genau das, was du eben hochgehalten hattest und was ich hier Breite habe, das sind hier einfach solche Stängelchen, die entsprechend dann auch tolles Licht machen. Kann ich natürlich auch beliebig kombinieren. Kann die aber auch. Und das ist mit dem kleinen Ding, was du eben in der Hand hattest. Mit dieser kleinen, ich halte sie auch nochmal hoch, dieser kleinen Nenlight, die alle Farben machen kann, ist das gemacht worden. Also nicht der Hintergrund, aber hier vorne das. Nenlight PowerTube 6C, PowerTube 2. Zweite Ausführung ist es bei mir. Ich weiß nicht, ob du auch schon die ganz neue hast. Tolle Geschichte, auch magnetisch, auch eine coole Geschichte hier mit Stativgewinde. Und das hier sind Bilder von dem Lichtmaler, wirklich so unterstrichen, dem Lichtmaler, dem Olaf Schieche, hier im Lappadou bei einem Workshop dann entstanden. Hier nochmal mit den Parbetubes, mit den größeren, dass ich also wirklich auch sehe, auch hier wieder quasi die Beleuchtung mit der Rückenbeleuchtung. nochmal sehr, sehr schön. So, und wie gesagt, das ist nicht nur für einen Schreibtisch. Das kann ich natürlich auch je nach Größe dann im Studio einsetzen. Das kann ich aber auch andere leuchten, wie hier jetzt meine geliebten Rotolights. Da gibt es so ein schönes Explorer Kit, drei Dinger klein, super gut mitzunehmen. Also machen ganz, ganz tolles Licht, wie hier dann auch. Also unwahrscheinlich schön, was wir machen. Egal, egal ob klein, wie wir es eben gesehen haben, oder groß, wie wir es hier haben. Das ist übrigens die Leuchte, die auch hier, ich gehe nochmal auf den Weitwinkel. Da habe ich mal eine Frage, Martin, was immer mal wieder gefragt wird. Sind die denn auch wetterfest, also auch für außen gut geeignet dann? Wetterfest zum Teil. Die kann ja sogar tauchen. Da gibt es nämlich einen kleinen Beutel dazu, der wasserdicht verschließbar ist. Und das sieht sehr cool aus. Also solche Dinge im Schwimmbad dann zum Beispiel so unten lang, also Lichtmalerei unter Wasser, sieht super aus. Also es gibt einige, die wettergeschützt sind, wie jetzt die Kleinen im Koffer, die sind so ein bisschen robuster auch. Da gibt es auch nochmal so Silikonjackets dazu. Sonst halt einfach in eine Tüte reinmachen, die wasserdicht ist und schon kann man damit loslegen. Also das ist eine sehr coole Geschichte. Logischerweise nur bei Akkubetrieb. So. Jetzt aber zum Thema, was ja auch gefragt wurde, Kameras und dem immer wieder gern gestellten Thema. Für was brauche ich denn eigentlich 50 Megapixel? Und 50 Megapixel sind ja gar nichts. Kameras wie hier und ich mache dich mal wieder weg. Sehr gut. Kameras, sehr gut, wie die Fuji GFX100S oder aber, ich habe hier noch den Vorgänger, GFX100, das ist ja so eine Studiokamera. Das hier ist ja eine vollwertige, normale, in Anführungszeichen, Kamera, die aber mit einem riesigen Sensor, sprich dem Mittelformatsensor, denn arbeitet. Was riesig heißt, sehen wir hier. Das sind ja so die üblichen Größen. Das hier ist so das Vollformat, APS-C, das APS-C von Kahn ist ja ein Ticken kleiner. Und das Micro Four Thirds oder Four Thirds ist ja die gleiche Sensorgröße. Und da sehen wir, wir haben hier ja eine Fläche von so etwas über 800 Quadratmillimeter. Stimmt nicht. Doch. 800 Quadratmillimeter und hier haben wir 1400, also fast die doppelte Fläche haben wir hier denn da. Ja, das ist also der Sensor, wie ein Fujifilm, aber auch andere Mittelformathersteller ja nutzen. Sehr coole Geschichte und hier ist natürlich, und das ist eigentlich die Frage, nämlich wie viel Pixel habe ich auf welcher Fläche drauf? Und das ist klar, wenn ich auf einen solchen, das sind so die Dinger, die in den kleinen Kameras drin sitzen oder in den Smartphones, wenn ich da jetzt 40, 50 oder wie bei der Fuji 100 Megapixel drauf mache, das wird ein bisschen problematisch. Das ist von der Qualität her dann natürlich nicht so toll. Es kommt also immer auf die Größe der Pixel an. Und da haben wir derzeit so die Geschichte, dass wir mit den kleinen Sensoren so 20, 30 Megapixel gut machen können. Beim Vollformat 50, 60 Megapixel und hier natürlich die 100 Megapixel. Es geht aber noch mehr bei statischen Objekten, aber da komme ich gleich noch drauf, wenn wir über das Thema Objektive sprechen. Wichtig ist das aber auch das Größending bei dem Thema Video. Das, was wir so früher hatten, unser SD-Video, das ist ja dann so das, was die meisten noch so normal kennen, wie die meisten sich das jetzt auch vermutlich anschauen. Hier das Video, Full HD und dann halt das 4K oder für Klugscheißer, das, was die meisten ja 4K nennen, ist gar nicht 4K, sondern UHD. Wo wir jeweils eine Vervierfachung der Fläche haben von SD auf Full HD, von Full HD auf UHD. Und heute haben wir ja sogar 8K, da haben wir nochmal eine Vervierfachung der Fläche oder gar 12K. Von Blackmagic haben wir ja mittlerweile die Kameras mit 12K. Und Vorteil bei denen ist dann natürlich nicht einfach nur die Auflösung, die brauche ich zum Teil ja gar nicht, weil ich im Maximalfall heute zu Hause den 4K-Monitor habe. Aber ich kann natürlich hingehen und kann den, ja, mein 4K-Monitor voll auflösen. Wenn ich aber sage, naja, das gucken sich die Leute sowieso nur auf YouTube an, ich mache das auf Full HD, dann kann ich natürlich dann auch entsprechend einen Bildausschnitt aus meinem großen Ding wählen, das sogenannte Kroppen. Und kann dann hingehen, zum Beispiel auch sagen, ich mache da mal so einen virtuellen Schwenk. Dass ich also sage, hier so von da nach da kommt es dann. Oder einen virtuellen Zoom. Dass ich also Bewegung in ein eigentlich statisches Ding reinbringe. Also da ist sehr, sehr viele Möglichkeiten, die wir hier haben, wenn ich einfach genügend Auflösung habe. Und was das heißt, das zeige ich euch mit einem ganz speziellen Objektiv. Und zwar als die Sony A7R4, sind ja immer längere Namen, als die Sony A7R4 rauskam, die von Haus aus 60 Megapixel hat und über ein spezielles Verfahren, nennt sich Pixelshift, nicht nur so einen halben Pixel immer hoch runter, um das sogenannte Bayer-Pattern, also Farbfehler, rauszurechnen, sondern diese viermal, Farbfehler rausrechnen, auch nochmal viermal macht, also 16 Aufnahmen macht. Und dann auf eine Fläche oder Flächenzugewinnen von 240 Megapixeln kommt. Und als ich da so ein vorsehenden Ding hatte, musste ich natürlich gleich das auch mit dem derzeit besten Objektiv danach ausprobieren. Dem Vogtländer Apollant H2050 zu Vogtländer, da komme ich auch nachher nochmal, wenn es da interessiert. Da habe ich nämlich mal ein paar Bilder gemacht. Und das schauen wir uns jetzt an. Das hatten wir ja auch in dem Ringfotomagazin. Hast du das Ringfotomagazin auch immer brav bei dir? Ja, natürlich. Haben wir auch. Du findest es bei uns im Laden oder halt online dann natürlich auf unserer Homepage. Sehr gut. Also da könnt ihr das auch nochmal nachlesen bei ihm. Cool, ne? Einfach wieder weg machen. Zack. Und weg ist er. Da habe ich mal ein paar Bilder gemacht. Und hier sieht man es im Druck. Für euch die Präsentation hier. Das war das Bild vom Balkon runter. Klassisches 50 Millimeter Bild. Vollformatisch. Alpenpanorama. Alles fein. Was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Ich kann ganz einfach hingehen. Und das sind jetzt 240 Megapixel, die wir hier haben. Nämlich genau 19.008 Pixel in der Breite, in der Höhe 12.672. Wem die 240 nicht ausreichen übrigens, kleiner Tipp. Die 100 Megapixel Fuji kann das auch. Und da kommen wir auf 400 Megapixel. Und das ist natürlich dann nochmal ein bisschen brutaler. Aber auch hier sind schon die 16-Bit-Tiffs, sind mal schlaffer, 1,3 Gigabyte groß. Ein Bild. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Das bitte deswegen nicht bei jedem Urlaubsbild machen. Das wäre dann irgendwann mal ein bisschen Overkill. Jetzt gucken wir uns das mal an. Was haben wir denn da für Möglichkeiten? Wir können zum Beispiel ja hingehen und hier haben wir das Bild mal komplett. Ich gehe mal aus dem Bild, beziehungsweise blende mich mal aus, damit ihr das in kompletter Qualität dann auch sehen könnt. So, und wir können dann zum Beispiel einen Ausschnitt nehmen. Wir haben jetzt hier, das ist einfach der Navigator im Photoshop, kennt ihr ja. Habe ich einfach mal diesen Ausschnitt. Diesen kleinen Ausschnitt aus dem kompletten Bild. Und der Gag ist natürlich, die komplette Breite sind ja, wir erinnern uns, fast 20.000 Pixel in der Breite. Das heißt, hier haben wir ungefähr ein Fünftel des Ganzen. Das heißt, das ist immer noch 4.000 Pixel breit. Und dieser Ausschnitt, das ist ein 4 zu 3er Ausschnitt, dieser Ausschnitt hat also immer noch 12 Megapixel. Also es ist immer noch so, dass man das richtig schön drücken kann, dass wir da eine ordentliche Schärfe haben und so weiter. Also schon ziemlich cool. Ich wäre aber nicht dem Madden, wenn ich nicht immer ins Extrem gehen würde. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar hier wieder das komplette Bild. 50 Millimeter, 240 Megapixel. Ich wusste, dass hier eine Hütte ist, das Waldenberger Haus. Das sind etwa 5 Kilometer Entfernung. Und wir schauen uns jetzt mal an, was wir da ransumen können. Und jetzt bei der 100%-Anzeige, beziehungsweise korrekterweise, damit ihr es auf dem Bildschirm vernünftig sehen könnt, ist das die 200%-Anzeige. Da sehen wir, dass dieses Objektiv und auch die Auflösung der Kamera so hoch sind, dass wir dieses mit 50 Millimeter aufgenommene Bild aus 5 Kilometern Entfernung, da wäre es nur ein Fliegenschiss, da können wir die Fenster im Waldenberger Haus denn auch zählen. Also unwahrscheinlich, was wir hier für eine Auflösung haben. Das ist natürlich nur für ganz spezielle Anwendungen wirklich wichtig. Also das sind auch Dateien, die ein bisschen unhandlich sind. Das ist alles ein bisschen sehr extrem. Da kommen einem plötzlich so die normalen 50 Megapixel, kommen einem ganz locker hervor vom Handling her. Viel wichtiger bei so einem Objektiv und in der Kombination ist natürlich auch, dass die nicht nur so extreme Geschichten machen, sondern dass die einfach auch schöne Bilder machen. Und da freut es mich immer, wenn so Hersteller auch hingehen und sagen, ja, ich habe nicht nur bei der offenen Blende eine kreisrunde Blende, sondern auch abgeblendet eine kreisrunde Blende. Dazu muss ich sehr spezielle Lamellen dann auch haben. Und das können die, weil das ist für uns ja das Wichtige, dass wir nicht nur eine Wahnsinnsschärfe in der Bildmitte oder aber auch da, wo es scharf ist, auch am Bildrand haben, wenn ich da ein qualitativ sehr hochwertiges Objektiv habe, sondern dass ich eine schöne Qualität in der Unschärfe habe. Und da werde ich euch nachher noch ein bisschen mit nerven. Das heißt, dass das nicht unruhig ist, sondern dass das einfach eine ganz coole Geschichte ist, wie wir hier die Sache hinbekommen. Und das hier ist kein Optikfehler. Dem fehlt wirklich eine Pfote. Das ist der Rudi. Und was Optik-Konstrukteure in letzter Zeit uns zur Verfügung stellen, es ist einfach Wahnsinn. Ich habe mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Das ist zum einen, oder sind, eigentlich sind es zwei, das 600er und das 800er für Canon RF, also für Canon's spiegelloses Baronet. Die können nämlich im Transport sich ultra klein machen, also 600, 800 Millimeter waren früher riesen Dinge, egal welche Lichtstärke. Die waren halt einfach groß. Das kann ich jetzt einfach mal mitnehmen. Und hier habe ich mal mit dem ja auch recht neuen Telesoom mit dem 100-500er von Canon, habe ich einfach mal so ein paar Dinge zusammengestellt. Ja, die haben, und das können die halt jetzt auch machen, mit Blende 11 uns Objektive hinstellen. Wäre früher überhaupt nicht sinnvoll zu verwenden gewesen, weil bei Blende 11 geht bei einer Spiegelreflex kein Autofokus mehr. Bei der manuellen Fokussierung, der eine oder andere kennt das vielleicht noch von früher, man hat so Schnittbildentfernungsmesser und so weiter. Da hat einmal Blende 8 schon eine dieser, ja, dieser Felder des Schnittbildentfernungsmesser, war dann schon dunkel. Der war schon weg, konnte ich also gar nicht richtig scharf stellen. Hier mit Autofokus im Bereich der spiegellosen Kameras überhaupt kein Problem. Und nicht nur bei Blende 11, sondern es geht natürlich noch brutaler und deswegen können wir auch viel besser jetzt auch die Converter verwenden oder Extender, je nach Hersteller. Sodass wir, wie hier beim 800er, ein 1600er bekommen. Ja, mit einer Blende 22, aber es ist ja heute auch nicht mehr so das Problem, bei seiner Kamera eine ISO von 6400 oder gar 12800 einzustellen. Das geht ja heute relativ problemlos. Und was natürlich schön ist, das Ganze in Kombination hier wieder die Sunny mit Augen-Autofokus für die Porträts, nicht nur von Menschen, sondern bei vielen Herstellern heute auch schon für Tiere. Und es funktioniert sensationell gut. Da zeige ich euch auch nachher nochmal ein paar Bilder. Wir haben Kameras, die nicht nur Schulter-Displays haben, sondern vielleicht auch Displays hinten. Und bei der Fuji, die haben es ja ganz brutal noch getrieben. Und zwar haben wir hier eine Kamera. Brauche ich die Overhead-Kamera? So. Eine Kamera, ich zoome nochmal ein bisschen weiter ran. Wo ich hingehen kann und habe da, wo früher unsere Filmmerkscheibe war, also wo man so das Filmplebbesche abgerissen hat und da hinten reingeschoben hat bei der Schuereflex-Kamera, haben wir so ein kleines OLED-Display, wo ich dann sehe, welche Filmsimulation ich eingestellt habe. Und kann dann entsprechend das sogar nochmal ändern. Also ich hatte eben hier einen Schwarz-Weiß-Film mit Rotfilter, Agros R, mit einer 200er-Empfindlichkeit denn eingestellt gehabt. So. Kann aber jetzt auch hingehen und sagen, nö, ich möchte die Filmsimulation des Velvias, des Provias, des Astias und so weiter. Eterna fürs Filmen. Und wenn ich sage, nee, der 200er reicht mir nicht, ja, dann ändere ich ganz einfach mal die Filmempfindlichkeit und das wird natürlich hier auch mit angezeigt. Also sehr, sehr coole Geschichte. Und auch das mit den Filmsimulationen, wo wir bei Fuji ja sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, die aber auch bei anderen Herstellern in etwas anderer Art halt da sind als, ja, Picture-Profiles oder sowas, ist das natürlich eine sehr coole Geschichte. Wenn ich schon bei Fuji bin, nochmal ganz kurz, du hast sie, glaube ich, auch schon da, ich schalte dich mal zu, die X-E4, hast du dich schon lieferbar? Richtig, ich habe sie hier. Ah, sehr schön. Ich habe sie da, die neue X-E4, der kleinen Kompakt. Ich hatte bisher nur ein Muster gehabt, deswegen habe ich von SmallRig schon die Cages. Zeigst du mal kurz? Ich glaube, ich kann es auch mal kurz zeigen, dann sieht man es, ne? Also das Besondere ist, sie ist echt super leicht und dann hat sie halt neu das klappbare Display auch. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich sichtbar bin, ja? Ja. Und was ja auch sehr schön ist, es ist ja ein neues 27mm Objektiv gekommen dazu und jetzt aktuell hat es auch einen Blendenring. Und das ist ja eben das, was du auch gesagt hast, ne? So dieses, es kommen so viele Sachen wieder und auch jetzt dieser Blendenring, den Fuji ja schon vor, vor Jahren wieder eingeführt hat, das ist schon wieder klassische Fotografie, ne? Das ist so, so habe ich das gelernt vor. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, ne? Also wir hatten es ja eben auch gesehen, wo ich die Filmempfindlichkeit eingestellt habe, einfach oben an dem Rädchen. Also sehr, sehr coole Geschichte und die Kameras können ja mittlerweile auch hervorragend Video und hier einfach mal, weil die natürlich auch für Blogger hervorragend und Vlogger, ne? Perfekt sind hier mit dem, du hast es eben auch gezeigt, mit dem Monitor, der nach oben klappbar ist. Also ich kann damit 4K-Videos mit 30p machen, kann intern 420, 8-Bit-Videos aufzeichnen extern, also über einen externen Monitor, sogar 422, 10-Bit. Und wen das interessiert, da können wir auch irgendwann mal gemeinsam ein lustiges Video machen, so, was ist 422, was ist 420? Gibt ziemlich auch viel Unsinn. Genau. Das Ganze in einer super Qualität, nämlich nicht einfach irgendwie so zusammengebastelt, sondern wirklich als 6K-Oversampling, also wirklich eine ganz tolle Qualität. Und sogar 240 Bilder pro Sekunde in Full-HD, denn Zeitlupen-Videos machbar, das heißt eine 10-fache Zeitlupe und das ist natürlich eine sehr, sehr coole Geschichte, die wir hier haben. Ich hatte es ja eben schon angesprochen, ich weiß nicht, ob du das auch schon da hast, so die verschiedenen Dinge von SmallRig. Das empfehle ich dann immer, wenn man, sei es ein bisschen aufwändiger fotografiert, aber vor allem fürs Filmen, weil da hat man halt viel Zeug, was man dran schrauben kann. Hast du das SmallRig-Zeug da? Du bist eingefroren. Habe ich da und das Faszinierende daran finde ich ja, ich nutze es selbst auch für meine Kameras, du hast ja immer dann zum Lösen, wenn du es dann im Hochformat machst, unten runter gleich den, ja wir haben vorhin drüber gesprochen, 10-Zent-Stück hast du früher in meiner Hosentasche gehabt, um das zu lösen. Hier hast du magnetisch den kleinen Schraubenzieher gleich bei und kannst das ganz schnell lösen, das ist gut durchdacht, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist eigentlich so Fischertechnik für große Jungs, ich mach dich mal kurz weg, damit man das Logo schön sieht. Das hier ist eigentlich nur eine GH5S, also eine hervorragende Kamera von Panasonic für das Thema Video, mit einem super guten Objektiv, nämlich dem 0,8 29mm für Micro Four Thirds von Vogtländer, das derzeit lichtstärkste Serienobjektiv auf dem Markt. Es gibt nichts Lichtstärkeres und hier einfach mal mit dem XLR-Adapter von Panasonic, dem Atomos Monitor Atomics denn ausgestattet, mit hier einer Madbox, die sehr sehr leicht ist von Small Rig, das ist auch gleichzeitig der größte Objektivdeckel der Welt, wo ich also dann auch die Filter einschieben kann und so weiter. Also eine unwahrscheinlich coole Geschichte hier mit einem Griff und Auslöser, also wer ein bisschen ernsthafter filmt, der liebt diese Dinge von Small Rig, weil ich hier natürlich sehr sehr viel Zubehör dann auch befestigen kann. Das ist zum Beispiel an der Cage für die S5. Also da gibt es sehr sehr viele sehr sehr schöne Dinge, das ist also absolute Empfehlung, wenn man da so ein bisschen reingehen will in das Thema Video. Ja und das Thema kleine Kamera wie X-E4 haben wir hier ja auch. Wir haben ja mittlerweile Vollformat-Kameras, die nicht viel größer sind als eine APS-C Kamera. Hier mal so die Gewichte von der Vollformat gegen die APS-C Kamera. Also im Prinzip sehr sehr ähnlichen Größen, die wir hier haben. Und das ermöglicht da natürlich auch wieder selbst Vollformat relativ einfach da zu greifen, relativ einfach und leicht. Hier fehlt zwar das Objektiv noch, aber die sind ja heute auch nicht mehr schwer, wo wir dann schön leichte Dinge denn da hinbekommen. Und das Ganze auch nochmal mit den lichtstarken Sachen. Das hier ist jetzt mit dem 1424 an dieser A7C denn da gemacht. Und ja, hohe Empfindlichkeit des Sensors kombiniert mit dem Thema Augen-Autofokus auch beim Tier. Das kommt natürlich jetzt ein bisschen dunkel in YouTube rüber, sehe ich gerade. 12.800 ISO, überhaupt kein Thema, brauchte ich ja hier, um das auf eine Viertel, eine Vierhundertstel denn zu bringen. Und jetzt schauen wir uns da einfach mal an, da ist jedes einzelne Bild ist da sauber, ordentlich scharf, weil auf die Augen scharf eingestellt wird. Sehr sehr coole Geschichte. Nee, ich darf es noch nicht erzählen. Kommt erst. Im Laufe des Monats kommt was, wo wir da noch ein bisschen, ja, auch was drüber erzählen müssen. Sehr schön. Digital Audio haben wir auch bei den Kameras mittlerweile ja, wo wir wirklich, je nachdem, was ich für ein Zubehör habe, nicht nur hervorragend tonen, sondern wirklich noch besser digital übertragen, weil ich da einfach so eine Analog-Digital-Wandlung nochmal weniger habe. Also sehr, sehr coole Geschichte, die wir hier haben und die Möglichkeiten, die wir da haben, ja, werden immer brutaler und bleiben wir zunächst nochmal bei den Objektiven. Sony hat ja zum Beispiel auch mehrere 35mm Objektiv, das 2.8er, das 1.8er, das 1.4er, Zeiss das normale und die haben ja jetzt auch was Neues vorgestellt. In der Bauart der G-Masters, das ist das 1.424, mit dem eben die Bilder von der Sunny gemacht wurden. Und da haben wir ja auch jetzt ein neues, das 1.435 G-Master. Und wenn wir sehen, dass das alte, das Zeiss 1.435er von Sony, 430 Gramm gewogen hat, sind die 445 Gramm für das 24 natürlich sehr attraktiv. Und genau dazwischen liegt jetzt auch das neue 35er. Das heißt, hier immer mehr hochinteressante Objektive, die natürlich dann auch mit der hohen Lichtstärke da richtig schick was ermöglichen. Also das ist also eine sehr coole Geschichte. Im Weitwinkelbereich und so geringer Schärfenbereich, also das macht dann schon richtig Spaß. Auch das 1.250er, was neu rausgekommen ist, auch ähnlich. Also richtig toll. Was aber gerade bei so einer Kamera wie der A7C halt auch extrem cool ist, sind die drei Neuen. Und du hattest ja eben das Fuji 27er gezeigt. Das entspricht ja grob den 35mm. Das 27er mit Blendenringen und allem drum und dran. Und Sony macht da was ähnliches. Die haben also jetzt eine ganze Reihe dieser, ich nenne sie mal Mini-Primes rausgebracht. 24-40-50 mit 2,5er bzw. 2,8er Lichtstärke. Alle mit 49mm Filterdurchmesser und so weiter. Also sehr schöne, sehr kompakte Objektive, die super klein sind, super leicht sind. Also wirklich auch toll zu mitnehmen sind. Und natürlich das obligatorische Sunny-Bild ist dann natürlich auch dabei. Also hier neue Möglichkeiten mit den Objektiven. Es ist wirklich toll, was die Hersteller uns da liefern. Auch gerade bei Panasonic, wo wir hier ja das 20-60er haben. Wir sehen es hier. 20-60er, ein sehr, sehr kleines Objektiv für die vollformatige Panasonic. Wo habe ich es? Wo habe ich es? Wo habe ich es? Hier habe ich es. Ja. Für die vollformatige Panasonic. Sehr, sehr interessant. Und die S5 ist natürlich auch als besonders kleine, leichte Kamera eine sehr interessante Geschichte. Auch fürs Filmen. Deswegen hatte ich da ja auch schon das Small Rig liegen. Das ist von daher sehr cool. Und da ist ja auch ein neues Objektiv rausgekommen. Das hast du sehr wahrscheinlich noch nicht da. Oder ist das überhaupt schon? Ich glaube, es ist noch überhaupt nicht ausgeliefert worden. Ich glaube, es ist noch nicht ausgeliefert. Vor ein, zwei Wochen oder sowas ist es sowieso erst vorgestellt worden. 70 bis 300 und das Ganze auch schön klein, schön leicht. Habe ich es noch da? Ja, ich habe es natürlich da. Das ist das Muster, das habe ich noch nicht zurückgeschickt. Wirklich klein, wirklich leicht, trotz ordentlicher Lichtstärke. Und es ist ja immer wieder verblüffend, was die Optikrechner da dolle Sachen machen. Was mir bei dem Objektiv nämlich aufgefallen ist, ist ganz was Schräges. Was wir normalerweise gar nicht mit einem Teleobjektiv in Verbindung bringen. Das haben wir lieber bei den Weitwinkelobjektiven. Da achten wir immer drauf. Nämlich, dass wir schöne Sonnensterne haben. Und hier war ich völlig verblüfft, hier habe ich beim Teleobjektiv, bei offener Blende, 5, 6, habe ich schon Sonnensterne. Und wenn ich dann abblende, dann habe ich richtig, richtig dolle Sonnensternchen drin, beim Teleobjektiv. Und das ist völlig verblüffend. Und ich habe mir dann mal die Musterbilder von Panasonic, die deren Fotografen halt gemacht haben, mal durchgeschaut. Und das ist also ein Bild von einem Ambassador von Panasonic. Der ist am Flughafen in Tokio, ist der beschäftigt. Oder bei der ANA, ist er beschäftigt, also bei der Gesellschaft. Und hier auch, ich zeige mal die technischen Daten, ISO 25600. Weil es ist zwar ein, in Anführungszeichen, Mitzier. Nein, kein Mitzier, sondern die Bewegung wird hier gezeigt. Deswegen 0,3 Sekunden. Aber er wollte hier, um diese Sterne maximal denn auch wirken zu lassen, wollte er natürlich auf Blende 16 in dem Fall runtergehen. Er hat deswegen ISO 25600, was ich ja bei modernen Kameras durchaus mal machen kann. Und hier das Bild, da steht das Flugzeug schon. Da kann er natürlich dann einfach zwei Sekunden belichten. Da ist das überhaupt kein Thema. Da ist er dann runtergegangen auf ISO 3200. Aber bei der gleichen Blende, um die gleichen Sterne hinzukriegen. Also sehr coole Geschichte. Und ja, auch Rudi findet das Objektiv toll. Und hier schauen wir uns mal die Schärfe auch wieder an. Also es ist wirklich hochinteressant, was die heute hinbekommen. Auch im, ich sag mal, preislich attraktiveren Bereich. Dass die Qualität bei solchen Objektiven, das ist jetzt das 200-Aquivalent 300mm von Fuji, das ist ein 6000-Euro-Objektiv. Da gehe ich davon aus, dass ich natürlich eine super Qualität habe. Aber auch hier bei den, ich nenne sie mal Butter- und Brot-Objektiven, wie so einem 70-300er mit durchschnittlicher Lichtstärke, dass ich da auch wirklich super gute Abbildungsqualitäten bekomme. Das finde ich also sehr, sehr faszinierend. Und was das Objektiv auch noch sehr gut kann, ist eine sehr gute Naheinstellgrenze. Und bei 300mm heißen nämlich die 74cm zur Sensorebene, sprich rund etwa 50cm zur Frontlinse. Entsprechend einem Abbildungsmaßstab von 1 zu 2. Und der ist ja klein, der Rudi, also da kann man schon dann sehr, sehr nah dran. Und auch hier unwahrscheinlich schön, was wir da für eine Schärfe haben und einen sehr, sehr ruhigen Hintergrund. Und den Hintergrund, selbst wenn der stark beleuchtet ist, hier mal wieder die Sunny, sieht das auch wieder sehr, sehr schön aus. Und ich habe ja euch versprochen, dass ich euch damit ein bisschen nerven werde. Nämlich wichtig ist nicht nur, wie sieht das Ganze im Bereich des Scharfen aus bei einem Objektiv, sondern wie ist die Unschärfe gestaltet? Wie ruhig ist das oder ist das so ein bisschen nervös und alles nicht so dolle? Also das ist da, glaube ich, auch eine ganz wichtige Geschichte. Hier auch nochmal beide auf einem Bild und auch da wieder sehr schön, wie das vom Hintergrund her dann aussieht. Also ganz normal im Wald beleuchtet und wie gesagt, die Kontrastleistungen sind wirklich enorm. Eine Frage, Martin, ist es eigentlich mit dem Telekonverter nutzbar? Das Objektiv, glaube ich, nicht. Nicht, ne? Ne, würde mich wundern. Ich glaube auch, das kann ich jetzt sofort verifizieren. Ja, typischerweise gehen ja heute die Telekonverter immer so ein bisschen in das Objektiv rein, um das wirklich möglichst wenig Luft dazwischen zu haben. Das hat optische Gründe. Und da geht es auch, ja, das passt nicht. Also hätte mich gewundert auch. Anders als einige Objektive von Fuji. Bei Fuji geht das ja bei den meisten relativ gut. Da wurde das konstruktiv gleich schon vorbereitet. Und da gibt es ja auch sogar verschiedene für die verschiedenen Objektive, wie hier jetzt bei dem 20-200. Da gibt es ja nochmal einen speziellen dann dafür. Objektive. Und wir hatten ja jetzt schon schön weitwinklig, wir hatten schön Tele, wir hatten gesehen, wie kann ich das im Nahbereich denn auch nutzen. Und hier ist mir eigentlich immer wichtig, und deswegen ist das schade, dass wir keinen echten Live-Workshop machen, weil, aber irgendwann mal geht das ja wieder. Das holen wir nach. Genau, das holen wir nach. Ja, weil da kann man nämlich ja eines immer am besten machen, nämlich die schöne Hausaufgabe zu sagen, und ich blende uns beide mal aus, dass wir das Objektiv nicht verwenden, beispielsweise als Weitwinkel, dass ich sage, ja, da will ich halt besonders viel drauf haben. Das ist nicht Ziel des Weitwinkels. Ziel des Weitwinkels ist es, den Vordergrund zu betonen, eine andere Tiefe reinzubringen, das Teleobjektiv, das will verdichten. Also da unterschiedliche Dinge. Und da habe ich hier mal diese Animation mitgebracht. Und links sehen wir, wie ich mich quasi auf den Mann mit dem Schnurrbart drauf zu bewege oder jetzt wieder weg bewege, drauf zu bewege, weg bewege. Und einfach mit unterschiedlicher Brennweite, das sehen wir dann rechts, sehen wir ja auch, wie wir zum einen sehr viel Ausdruck drauf haben oder wenig mit den Ampeln. Die Ampeln kommen näher, weil das Teleobjektiv ja auch dann verdichtet. Und das ist Ziel der ganzen Geschichte. Und wenn ich Geschichte sage, dann möchte ich mal ganz kurz den Exkurs machen. Das wurde ja auch im Vorfeld schon mal gefragt. Weil das natürlich ganz eng mit der Geschichte der Objektive überhaupt verbunden ist. Nämlich die Geschichte der Firma Vogtländer. Und dann habe ich mal hier so ein bisschen von dem Burschen, da gibt es noch gar kein Bild von ihm, gar keine Fotografie. Bis hin zu dem vorhin ja schon angesprochenen 250er Apollanta. Allerdings hier schon in der neuen Geschichte, die gibt es ja jetzt auch nicht nur für Sony E, sondern auch für Leica M. Und weil es für Leica M ja sehr viele Adapter auf andere Dinge gibt, kann man das natürlich jetzt auch verwenden an einer Panasonic, an einer Canon und so weiter. Also an den spiegellosen Kameras. Geschichte ganz kurz. Das ist der Bursche, den wir eben schon gesehen haben. Das ist nämlich der Johann Christoph Vogtländer. Und deswegen gibt es die Firma. Zu dem Zeitpunkt gab es noch gar keine Fotografie. Sondern er hat halt einfach Präzisionswerkzeuge gemacht, optische Geschichten. Und geboren in Leipzig, den hat es dann nach Wien verschlagen. Und dort war dann auch sein Sohnemann, der Johann Fritzig Vogtländer, der da dann dieses Unternehmen weitergeführt hat. Und besonders interessant für uns ist der, von dem es dann auch schon Fotografien gibt. Nämlich der Peter Wilhelm Friedrich Ritter von Vogtländer, mal ein langer Name. Geboren ist er natürlich nicht als Ritter. Das wurde er wegen der Verdienste um die Fotografie. Und der ist für uns sehr, sehr wichtig. Und ich liebe ja solche Geschichten, wo es ja um Zufälle geht, wo man mit anderen Leuten zufällig zusammen war. Und er war einer der sogenannten Fürstenhofrunde in Wien. Das klingt jetzt wahnsinnig wichtig, dass das so Fürstenhof, der Mann wurde da gerufen an den Fürstenhof. Nee, war gar nicht so. Das ist eher Zufall. Die Runde könnte auch grüner Baum oder goldenes Kalb heißen, weil das war einfach der Treffpunkt, war der Fürstenhof. Und deswegen war das so. Und diese Fürstenhofrunde, die wird uns jetzt gleich auch nochmal ein bisschen begegnen. Zunächst aber nochmal ein kleiner Seitenhieb der Geschichte. Das hier ist, auch wenn er älter aussieht, aber der war ja auch mal jung, das ist sein Stiefsohn. Sein Stiefsohn, der war vier, fünf Jahre, als der Herr Vogtländer seine Mutter geheiratet hatte. Und dieser Typ, den kennt ihr alle. Und der hat auch ein Grab, was von einer Gesellschaft gepflegt, heute noch, die ihr alle kennt. Und zwar hat er den Vorläufer der GEMA gegründet, der Herr Sommer. Das ist aber jetzt nun mal so der Seitenweg der Geschichte. Für uns viel wichtiger ist ein anderer Mensch, der auch in dieser Fürstenhofrunde war. Also man sitzt da beieinander, quatscht ein bisschen, guckt mal. Da waren Ärzte dabei, da kommen wir gleich noch drauf. Da waren Mathematiker, Physiker und so weiter. Da waren Soldaten dabei, auch gleich ganz wichtig. Und dieser Typ, der Petzval, der hatte auch mit Optik so ein bisschen was zu tun. Und da hat natürlich der Vogtländer gesagt, Mensch, wollen wir uns da nicht mal ein bisschen zusammentun? Der Petzval hat auch eine Idee für ein Objektiv gehabt. Dann hat der Vogtländer gesagt, Mensch, ich baue ja eh so Sachen, kann ich für dich bauen, kein Thema. Was der Vogtländer leider nicht wusste, ist, dass der Petzval das Ding gar nicht patentiert hat, sondern hat gesagt, ach, ist mir doch egal. Deswegen gab es dann irgendwann mal Streitigkeiten, weil der Vogtländer natürlich davon ausging, dass all das, was er da reinsteckt, auch an Know-how und so weiter, dass das natürlich alles ihm zugute kommt. Petzval dachte halt, nö, wieso, wenn einer ein Petzval bauen will, kann er ja ein Petzval bauen. Durfte also dann jeder bauen. Die Fehler würde man heute sehr wahrscheinlich nicht mehr machen. Und wie erfolgreich diese Zusammenarbeit war, wir denken daran, dass die Fotografie, ich sag mal so, in den 1840er Jahren so richtig durchgestartet ist. 1839 und so weiter, also kennt ihr ja alles, die Geschichte. Für uns wichtig, 1840 so richtig durchgestartet. Bis 1880, 40 Jahre lang, die Bilder, die in dem Zeitraum, in den 40 Jahren gemacht wurden, 90% aller Bilder, die vor 1880 gemacht wurden, sind mit einem Petzval-Objektiv gemacht worden. Weil nämlich, und das, jetzt sind wir bei dem Soldat, der da auch mit in der Fürstenhofrunde war, die hatten nämlich folgendes Problem. Objektive wurden zu dem Zeitpunkt ausprobiert. Also man hat so verschiedene Linsen gehabt, dann hast du da geguckt und gemacht und getan. Ach, war nicht so toll, nee, nimm mal das. Ach ja, jetzt sieht es ja ganz gut aus. Und dann ist man hingegangen und hat die Bildfehler, die dann logischerweise da waren, hat man einfach dadurch minimiert, indem ich eine kräftige Blende reingemacht habe. Also ganz stark abgeblendet habe. Nicht so dolle, aber ist halt so. Was der gesagt hat, um die Lichtstärke höher zu machen, müssen wir hingehen und das irgendwie mathematisch berechnen. Das Problem ist aber, wenn er sich alleine hingesetzt hätte, das hätte nicht so richtig geklappt. Deswegen, es gibt ja Soldaten, die besonders gut rechnen können. Und damals war das ja noch nicht selbstverständlich, dass einer wirklich hier mit Winkeln und Sinus, Cosinus und so weiter rechnen kann. Es gibt aber einen Truppenteil, der das hervorragend können sollte. Nämlich die Artillerie. Die Artillerie, die ja immer schon mit Winkeln wegen der Ballistik denn gerechnet hat. Und dieser Soldat, der da dabei war, der hat dann ganz einfach drei Artillerie-Korporale und, ich zeige es euch, acht Artillerie-Kanoniere abgestellt. Und die haben halt einfach mal eine gewisse Zeit lang, ein paar Wochen lang gerechnet. Jeder hat quasi so einen Lichtstrahl mal rechnen dürfen. So, und dann hatten wir das erste gerechnete Objektiv. Wo wir plötzlich Belichtungszeiten hatten, die nicht mehr sich in, ja, mehreren Minuten gerechnet haben, sondern hier deutlich kürzer waren. Da komme ich aber auch gleich nochmal drauf. Da kommt nämlich nochmal eine aus der Fäustenrunde. Vorher waren nämlich, die Bilder sahen so aus. Und das hier ist übrigens das aller, allererste Bild, was einen Menschen mit drauf hat. Und das nur durch einen Zufall. Und zwar, dieser Typ hier lässt sich gerade die Schuhe putzen. Deswegen hat er halt zufällig einfach mal so zwei, drei, fünf Minuten stillgestanden. Und deswegen ist er dort mit drauf. Das allererste, weltweit allererste Bild, wo ein Mensch drauf ist. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich konnte mit diesen langen Belichtungszeiten natürlich nicht die Leute vernünftig fotografieren und so weiter, sondern da wollten wir was anderes machen. Es wird ja immer wieder gesagt, das liegt an dem Petzwal. Lag aber nicht nur an dem Petzwal, sondern ein Dritter, und zwar ein Arzt, der mit seinem Bruder gemeinsam auch in dieser Fürstenhofrunde mit dabei war. Ein sehr bewegtes Leben, denn auch hatte, wir sehen es schon, und er ist im Sudan gestorben. Man ist sich auch nicht ganz sicher, ob er wirklich gestorben ist oder gestorben wurde, weil er nämlich kurz vorher sehr intensiv gegen die Sklavenhaltung dort gewettert hat, wo sich alle Kolonialmächte ein bisschen über ihn aufgeregt haben. Und plötzlich war er dann halt dort. War auch nicht besonders alt. Dieser Arzt Natterer, der hat nämlich mit seinem Bruder, die Ärzte sind ja auch gute Chemie-Hin- und Her-Macher, der war auch an dieser neuen Technologiefotografie interessiert, und der hatte dann mit seinem Bruder neue Chemie gemacht, neue Beschichtungen der Platten, und es gab dann den schönen Begriff des Sekundenbildes. Nur diese neuen Beschichtungen in Verbindung mit dem gerechneten Petzwal-Objektiv, die konnten dann das machen, was wir hier haben. Hier sehen wir Pferde, die da also entlanglaufen, dass ich dort also wirklich extrem kurze Belichtungszeiten dann habe. Wie so eine Kamera aussah, zeigt es hier in der Replik aus dem Jahr 1939. Und hier habe ich nochmal ganz was Witziges, nämlich das, was wir heute hier haben, um Gottes Willen, früher war es ja so einfach, da haben wir halt eine Filmgröße gehabt, stimmt ja auch gar nicht, Kleinbild, und dann hat man halt die Brennweite gehabt. Nee, so was wir heute hier mit APS-C und Mittelformat und Vollformat und Micro Four Third und so weiter haben, das hatten wir genauso auch früher. Und zwar hatten wir früher halt die normale, komplette Platte, das ist so ganz, bitte nicht ganz genau, aber so in etwa so ein 10x15er, dann gab es halt größere noch, für größere Dinge, die Mammutplatte, die Half-Blade, die Quarter-Blade, also gab es sehr unterschiedliche Abmessungen der, ja, heute würde man sagen Sensoren, damals der Platten. Zurück zum jetzigen, nämlich, so sieht dann auch so das typische Bild des Petzwal-Objektiv, aus, nämlich eine hervorragende Schärfe in der Bildmitte und eine sehr, sehr schöne, ja, fliegende Unschärfe, die auch heute noch die Leute immer wieder fasziniert. Und den Weg in die Neuzeit hat Vogtländer sehr, sehr schön geschafft, mit reichlich Holpern und Stolpern, aber war schon immer gut für besondere Dinge. Das weltweit allererste Zoom-Objektiv, damals schon mit der beachtlichen Lichtstärke von 1 zu 2,8, ist von Vogtländer. Erkennt man sehr schön dran, das sind so Stangen, die das Ding führen. Will man heute nicht mehr auf der Kamera drauf haben, grottige Ergebnisse, muss man sagen, also das ist noch nicht mal jetzt, dass man da von Charakter sprechen könnte, sondern es ist einfach nur schlecht. Aber absolut epochemachend damals. Und die heutigen Objektive, und ich habe ja eben schon mal ein paar Ergebnisse gezeigt, wie hier mit dem Apollantor, aber auch den kleineren Objektiven, ist natürlich eine Riesenauswahl an hochinteressanten Objektiven. Du hast sie ja auch da zum Teil. Du hattest vor kurzem auch, glaube ich, mal den Koffer da gehabt, so mit den 50, 60 Objektiven drin oder was? Genau, also das ist auch jetzt noch mal ganz interessant. Wir werden ihn jetzt auch in Zukunft haben. Ich habe das Datum nicht ganz genau im Kopf, weil ich mich mit Sabrina abgestimmt habe. Aber geplant ist Ende April, Anfang Mai. Und das ist echt ein tolles Angebot. Da werden wir die, wie du sagst, 60 Objektive sind es gut, der unterschiedlichen Anschlüsse, einfach mal bei uns melden, wer da Interesse hat. Da können wir was vereinbaren. Dann kann man das mal ein, zwei Stunden ausprobieren und einfach mal damit fotografieren. Also das ist ein tolles Angebot, was wir da auch von Vogtländer bekommen, weil die uns das einfach wirklich zur Verfügung stellen. Und dann können wir einfach mal sagen, einfach mal testen, ausprobieren und die Bildsprache auch verstehen, die Vogtländer ja da. Genau, also da sprichst du ja was Richtiges an, nämlich die unterschiedlichen Dinge. Also wir haben ja wahnsinnig scharfe Geschichten wie diese. Jetzt zeige ich auf dich, das ist auch lustig. Ich mache dich mal weg, sonst wirkt das ja ganz merkwürdig. Wahnsinnig scharfe Dinge wie hier dieses Objektiv. Aber auch Objektive, die bewusst, das ist so die Classic Collection, bewusst mit dem Schmelz der alten Objektive auch ausgestattet ist. Da gibt es ja sehr, sehr viele und Vogtländer leistet sich da ja sogar den Luxus, einige Objektive sogar mit unterschiedlichen Vergütungen zu machen. Nämlich zum einen dem, was ja heute Standard ist, Mehrschichtvergütungen, das haben heute alle Objektive. Aber es gibt einige Objektive auch, wo man auch eine sogenannte Singlecoating-Geschichte drauf hat, Singlecoating-Beschichtung, wo man ja gerade für die Schwarz-Weiß-Fotografen wirklich so diesen Schmelz der 50er, 60er Jahre dann drin hat. Und du hast das eben schon richtig gesagt, ausprobieren ist da wahnsinnig wichtig, seeing is believing, weil natürlich die Bilder, ja, durch die Objektive gemacht werden. Das ist erstmal Binsenweisheit. Aber dann natürlich auch die Brennweide wahnsinnig wichtig ist. Und ich zeige euch mal, wie dieses Bild gemacht wurde. Das ist Racetrack in Death Valley. Okay, so wurde dieses Bild nämlich gemacht. Damals mit der allerersten A7, die es gab, so das Urmodell, damals noch mit dem 12 mm, mit dem speziellen Adapter, den es dann gerade noch ganz frisch dazu gab, weil den Anschluss gab es ja noch gar nicht so. Also ganz wilde Geschichte. Ich gehe noch mal zurück. So, das ist das, was wir denn dazu schön meinen, mit dem Thema Vordergrund betonen. Und natürlich gibt es dann auch die entsprechenden Teleobjektive, wie hier das 600er von Sony, wo wir immer mehr verschiedene Möglichkeiten haben. Und ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, wir können heute auch solche Objektive zum Teil deutlich kleiner, leichter. Und wenn ich jetzt sage, dass das besonders klein und leicht ist, wirkt das erstmal ein bisschen merkwürdig. Aber es ist für diese Lichtstärke und für diese Brennweide sehr klein und leicht. Das 100 bis 500 habe ich vorhin ja schon gezeigt. Das hier ist das neue 70-200er von Canon für die RF. Und hier sehen wir mal den Unterschied von dem neuen zu dem alten, die klassischen 2,8 70-200er. Hier in der Transportstellung sehr, sehr kompakt. Also das ist schon wirklich doll, was die da heute machen. Aber auch von anderen Herstellern, zum Beispiel Tamron, die da eine Riesenreihe an hochinteressanten Objektiven rausgebracht haben. Ganz kleine, ganz leichte Dinge, die da also auch wirklich sehr, sehr interessant sind. Immer mit gleichem Filter, Durchmesser und so weiter. Also da wird sehr viel nachgedacht. Sei es jetzt für die Spiegellosen, sei es wie hier die Spiegelreflexkameras, aber auch so extrem Objektive wie hier in 2,8 14 bis 24er. So anderthalb Pfund Objektiv. Ne, nicht anderthalb Pfund, anderthalb Kilo Objektiv. Aber auch auf der anderen Seite ganz kleine, ganz leichte. Das hier ist ein 7,5 mit der Lichtstärke 2,0 für Micro Four Third. Von daher unwahrscheinlich schön von der Brennweite her, von der Lichtstärke hier, das Fischauge, 210 Grad Bildwinkel. Und diese Kombination, wie ich sie hier genutzt habe, bitte nicht verwenden. Grund zeige ich gleich. 210 Grad heißt, ich habe den Griff mit auf dem Bild. Habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht, habe ich dann erst gemerkt. Dumm gelaufen, ne? Deswegen dann für dieses Bild, und das hier ist einfach mal die Milchstraße, die natürlich hier, weil es hier in Stabnähe ist, sieht man sie nicht besonders gut. Aber diese Möglichkeiten haben wir. Und das ist einfach die Kombination, kleines, leichtes Leo-Fotostativ, die Pen F, weil die hat ja keinen Griff, da ist nix im Bild. Einfach 15 Sekunden belichtet, bei offener Blende, bei ISO 1600 und schon haben wir das da rausfotografiert. Und hier kannst du gleich nochmal über etwas berichten, und zwar, wenn ich schon Weitwinkel anspreche, da gibt es ja eine sehr schöne Aktion von Olympus, habe ich mitgekriegt bis, ich glaube Mitte des Monats oder was? Also Mitte des Monats Aprils, ich denke ja schon in April. Genau, genau, ich meine auch bis zum 15.4., das war auf unserer Homepage. Olympus hat ja für das MFT-System drei sehr interessante weitwinklige Objektive, und zwar das 8mm FischEye und dann das Pro 7-14mm und dann das, jetzt muss ich nennen, 9-18. 9-18, da gibt es bis zu 200 Euro Cashback aktuell. Und ich glaube, das hattest du neulich auch mal in so einem Live-Talk berichtet, was man da einfach Tolles mit machen kann. Und du hast es ja eben auch nochmal gezeigt. Weitwinkel ist eine Faszination, also da bietet sich immer mal wieder was, kleine Dinge groß herausbringen. Welches Weitwinkel nicht in der Aktion ist, habe ich rausgefunden, ist mein geliebtes 9mm. Das ist dieses Ding, was quasi ein Kamera-Gehäusedeckel ist, mit ein bisschen Objektiv dabei. Total witziges Ding, ich weiß nicht, ob du es da hast, oder gibt es das eigentlich noch? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß es nicht, ich habe es aktuell nicht da. Es ist ja auch, liegt ja glaube ich gerade mal um die 100 Euro. Ja genau, also das ist, von daher würde da Cashback gar keinen großen Sinn machen. Das ist einfach so ein Spaßding, was man sich mal kauft, was aber auch verblüffend witzige Bildergebnisse da bringt. Also das macht schon Spaß, das gute Stück. Ich zeige mal ein paar Bilder. Du hattest ja gerade angesprochen, das Thema mit dem Livestream, was ich mit dem, oder nee, das war ein Video, was ich mit dem Nils Häusler von Olympus gemacht habe. Und da zeige ich mal ein paar Bilder, die ich dort dann auch gezeigt habe. Zum einen hier ein Bild, und das sieht zwar nach Allgäu oder Schweiz oder was soll sich aus, das ist aber Papua-Neuguinea, wo der Adrian Rohnfelder das fotografiert hat. Der Gag ist ja, wenn ich ein Fischauge sehr clever einsetze, kann ich das natürlich auch sehr, sehr schön so aussehend machen. Oder aber auch wie hier, bei den Olympus-Kameras, bei den neueren, kann ich das ja sogar auch entzerren. Oder nachträglich entzerren. Und hier vom Javier Camacho ein Bild, sehr, sehr schön, auch hier wieder mit dem Vordergrund gespielt, auch hier mit dem Fischauge. Hier ein Bild mit dem 7-14er vom Andreas G., den wir letztes Jahr ja bei unserem Winterbiwak dabei hatten. Da konnten wir gerade noch Winterbiwak machen. Nee, vorletztes Jahr hatten wir den dabei im Schwarzwald. So wollte ich gerade sagen, letztes Jahr diesen. Genau. Also sehr schöne Geschichte. Saarek-Nationalpark mit dem 7-14er. Und zum Schluss noch mal eines vom Adrian Rohnfelder, wo ich zufällig weiß, wie das nämlich aufgenommen wurde. Und wo wir nämlich auch was haben, was ganz speziell für Olympus ist. Und zwar sind das hier nämlich zwei Bilder. Die aber, eigentlich sind es nicht nur zwei, sondern viel, 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 viel mehr. Das sehen wir hier ja auch in den Angaben. Wir haben 30 Sekunden Grundbelichtungszeit, aber über eine Stunde belichtet. Das ist das Live Composite, eine Besonderheit bei Olympus, wo wir mehrere Bilder nacheinander machen. Das macht die Kamera automatisch. Und nur die Bilder, wo sich die Helligkeit verändert hat, die werden, oder die Bildstellen, die werden dann aufgezeichnet. Da, wo sich nichts ändert, wie jetzt hier im Dunkeln, tut sich nichts. Und hier hat er einen ganz interessanten Trick gemacht. Weil natürlich dort, wo dieser helle Punkt ist, und dieser helle Punkt ist nämlich das Tor zur Hölle. Das ist ein Gasloch, 40 Meter Durchmesser oder sowas. Ein Gasloch, wo wir hingehen können, sehr, sehr schön sehen, das ist immer noch am Brennen. So vor, ich glaube, 40 Jahren oder sowas ist da halt was eingebrochen. Da hat man gesagt, Mensch, das fackeln wir kurz ab, dann brennt das ein, zwei Tage und ist gut. Das war vor 40 Jahren, das ist immer noch am Brennen. So, und dann hat er also hier die Zelte gehabt, da das Ding. So, hier im Zelt mit der Taschenlampe rumgehampelt, einem Mädel, was neben der Kamera stand, nach 20 Sekunden. Das wusste er, dass dann so die Belichtung eigentlich richtig ist, hier und dort. So, Schluss. Dann Kamera umgedreht, 180 Grad gedreht. Eine Mütze vor das Objektiv gehalten beim Drehen, dass da nichts ist. Dann Mütze wieder ab und dann einfach über eine Stunde laufen lassen, um hier die Sternenspuren drauf zu machen. Absolut abgefahrene Geschichte. Das geht mit Olympus halt dann sehr, sehr schön. Und hier auch nochmal so ein paar Beispiele, die wir bei einem Kurs mal gemacht hatten. Hier so die normalen Sternenbilder, aber natürlich wollen wir auch, ach ja, komm, weißt du, was das hier nämlich war. Hier wollte ich Milchstraße fotografieren. Und da gibt es ja heute die tollen Apps. Absolute Empfehlung. Fotopills. Die besten 10 Euro, die ihr je investiert habt. Fotopills. Da habe ich also gesehen, dass die Milchstraße dann an diesem Punkt ist, wo ich eigentlich keinen Bock hatte, ein Bild zu machen. Nämlich morgens um 3 Uhr. Was habe ich gemacht? Ganz einfach die Kamera auf Zeitrafferaufnahme gestellt. So alle, ich glaube, 30 Sekunden ein Bild machen lassen. Und ja, dann hatte ich also das Bild, das ich haben wollte. Habe ich mir einfach morgens dann rausgesucht. Da, wo es dann auch richtig steht. Und dann hatte ich aber ja ganz viele Sternenbilder. Und dann habe ich so ein bisschen das, was Olympus macht, nachträglich gemacht. Nämlich habe ich diese Bilder zusammengerechnet. Und so sieht das aus. Zum Teil war natürlich dann auch das Licht an. Irgendwann mal ging das Licht dann auch aus. Interessant sind die Flugspuren. Hier war sehr wahrscheinlich ein Rettungshufschrauber nachts unterwegs. Das sieht also ein bisschen sehr merkwürdig aus. So und irgendwann mal wird es dann halt heller. Und wie gesagt, eines dieser Bilder hatte ich dann halt genutzt als Milchstraßenbild. Also nutzt da einfach mal die Timelapse-Funktion eurer Kamera, um sowas hinzukriegen. Jetzt bist du mal wieder mit dem Bild. Weil morgens musst du dann auch mal wieder jetzt ein Espresso machen. Nee, du machst ja auch Fototouren. Ich glaube, die nächste für dich allerdings nicht in die Berge, sondern bei dir natürlich typisch, ich glaube, nach Helgoland. Richtig? Genau, richtig. Das steht auch noch oder ist das wegen des großen Zehs so ein bisschen geschoben? Oder man weiß es nicht. Wir schieben. Wir schieben. Also wir haben für Sommer, wir hoffen ja, dass etwas Normalität so, wir rechnen wirklich so ab Juni, glaube ich, mit Normalität. Und dann werden die Fotokurse nach Helgoland auch wieder stattfinden. Also davon gehen wir ganz, ganz stark aus. Aber ich wollte dich noch mal fragen, weil das hast du mal erzählt, so einen kleinen Trick. Man hat ja immer in der Dunkelheit immer Schwierigkeit scharf zu stellen. Man kann natürlich den Autofokus ausschalten oder ähnliches. Da hast du mal mir so einen Trick verraten. ISO möglichst hochknallen, kurzes Testbild machen, gucken, dass die Schärfe richtig liegt und dann wieder runtergehen. Genau. Das ist also zum einen für die Schärfe, je nach Kamera dann auch hervorragend, aber auch ganz stark für das Thema der Bildgestaltung. Weil wenn es so richtig schön dunkel ist, sehe ich ja eventuell gar nicht, wo ist da jetzt hier so eine Bergspitze. Und wenn ich die halt unbedingt jetzt hier so in dem Drittel haben will und Gott weiß was, tue ich mich natürlich schwer. Da ganz einfach, damit ich nicht immer wieder 30 Sekunden belichten muss oder sowas, haue ich halt einfach die maximale Empfindlichkeit. Und wenn es 400.000 ISO ist, was teilweise die Kameras ja können, egal, das Bild verwende ich ja sowieso nicht, sondern das ist rein zum Checken der Ausrichtung und auch der Schärfe. Je nach Kamera kann ich da also auch die Schärfe ganz gut beurteilen. Sehr schön. Lichtstärke. Das ist ja jetzt voll die Vorlage, die du mir gegeben hast. Ich blende dich wieder aus. Da haben wir ja dann auch die richtigen Objektive. Also ich habe eben von 0,8 gesprochen, 0,9, 0,95 haben ja mittlerweile schon einige Erstellungen. Und was das heißt, sehen wir ja hier an dem Bild vom Rudi, nämlich sehr, sehr, sehr schön. Und auch da wieder das, was ich sagte, der Hintergrund soll bitte auch dann sehr, sehr schön sein. Also der Bereich der Unschärfe soll auch doll aussehen. Und was wir, jetzt kommt so ganz extrem, was wir natürlich heute maximal machen können mit dem Objektiven, zeigt hier ein Objektiv der Firma Laowa, wo ich eben schon mal dieses 7,5er hatte. Das hier ist das Laowa Probe, ein Makroobjektiv eigentlich, was aber in der Hand des Kenners, damit meine ich nicht mich, des Kenners und Könners, absolut abgefahren ist. Das ist übrigens auch wieder Racetrack im Death Valley. Sieht jetzt relativ unspektakulär aus, das Making-of. Ich zeige mal das Bild, das da mitgemacht wurde, nämlich so. Und das ist natürlich extrem. Ich stelle mal hier das 200-600er runter. Das ist ja laufend im Bild. Da sieht das plötzlich aus wie so ein Grand Canyon. Das heißt, auch Landschaftsaufnahmen kann ich gerne mal mit einem Makroobjektiv machen. Also das ist Kreativität. Hier ein Bild also von Frank Leins. Da kommen nachher auch noch mal ein paar Bilder, was uns ganz klar zeigt, wie kreativer Einsatz aussieht. Also finde ich richtig beeindruckend. Zum Schluss noch ein paar Dinge, die ich ansprechen wollte, nämlich Adapter. Da habt ihr ja auch einiges da. Also es ist ja bis auf Adapter von Drehstrom auf Propangas gibt es ja fast alles. Hier Sony E-Mount an Nikon Z-Mount, Leica M-Mount an Sony E. Gibt es sogar mit Autofokus. Da wird plötzlich das alte manuell Fokus-Objektiv zu einem Autofokus-Objektiv und so weiter. Also einfach die Dinge mal ausprobieren. Und auch hier wieder, da sieht man Rudi. Man sieht ihn natürlich nicht, weil klein. So das Ganze, das ist mit dem 300 Millimeter für die Micro Four Thirds, was ja dann 600 Millimeter sind, was ich nochmal verdoppeln kann. Und dann komme ich natürlich auf extreme Vergrößerung dann auch hin mit solchen Objektiven. Probiert die mal aus. Aber beim Teleobjektiv jetzt nicht wundern. Das ist der Balkon, von dem vorhin auch dieses schöne Bild mit den 240 Megapixeln gemacht wurde. Da hinten in 11 Kilometer Entfernung ist die Rappenseehütte. Und ja, da sehen wir sie. Und jetzt könnte man ja sagen, also ganz schön schlechtes Objektiv. Ne, wundert euch nicht, dass solche extremen Teleaufnahmen nicht unbedingt gelingen. Weil wir haben hier ja die Qualität deutlich runtergesetzt dadurch, dass wir hier eine atmosphärische Störung haben. Das ist einfach dort extrem stark drin. Das Thema mit den Flieren, dass dort also da es problematisch wird. Es wurde ja einiges gefragt, auch zum Thema Livestreaming. Ich muss mich hier gerade mal kurz verkabeln, vom Strom her. Das Thema Livestreaming. Und da haben wir sehr, sehr schöne Erfahrungen machen können in den letzten Zeiten. Von kleinen Anfängen bis hin zu größeren Geschichten mit Ton und allem drum und dran. Jetzt hier die, ja, acht Meter große Greenscreen-Geschichte, wo wir uns dann sehr einfach ja hier auch in deinen Laden denn reinbringen können. Ich mach dich mal wieder rein. Da fühlst du dich jetzt wie zu Hause, ne? Da fühl ich mich wie zu Hause. Ich stehe fast an dem Punkt so. Genau. Also du stehst ja jetzt auch vor einem Greenscreen. Ich zeige euch mal, wie das jetzt, wie er in Wirklichkeit aussieht. Das ist jetzt der Zoom-Stream, den ich jetzt mal kurz zeige. Gehen wir da mal scharf. Genau. Bissen wir mal auf die Kamera. Wo gehen wir denn da hin? Zack, auf die Kamera im Hintergrund. So, und da sieht man jetzt, wie es in Wirklichkeit aussieht, wo du stehst. Hier die. Da ist die Kamera mit der du die Details gezeigt hast. Es ist in das Ladenlokal reingebaut, ne? Also mittlerweile muss ich überlegen, ich glaube, wir machen mehrere Geschichten. Ich werde mir so ein richtiges Studio einrichten, ne? Also weil, dann kann man das besser aufbauen. Genau, das macht auch Sinn. Und wie gesagt, man kann das auf einer Fläche von vielleicht zweimal zwei Metern, kann man sowas schon sehr, sehr schön aufbauen, wo man wirklich eine ganze Menge zeigen kann, wo man dieses Thema Greenscreen, hier, Greenscreen, denn da auch schön bringen kann und jeden beliebigen Hintergrund. Und wer fotografisch natürlich was drauf hat, der sieht, dass das ja eigentlich ein bisschen unnatürlich aussieht. Wir können den Hintergrund ein bisschen unschärfer ja machen. Ähm, ein wenig unschärfer machen, damit wir aussehen, als ob wir da sauber isoliert sind. Das ganz einfach, das Bild des Ladens, unscharf gemacht und gut ist es, ne? Also so kriegen wir das sehr schön hin. Wie machen wir sowas und wie machst du das im Moment auch? Ganz locker mit den zwei Kameras umschalten, einfach mit so einem Zaubergerät. Äh, ich blende uns beide mal aus. Schwupp. Ich blende dich aus. Ich blende mich aus. Schwupp. Äh, guck mal hier. Oh, ich bin noch drin, Mari. Guck mal, guck mal. Nee, du bist nicht. Guck mal, ich kann uns hier wechselweise reinmachen. Kann man also alles ganz beliebig denn da machen. Schwupp. So, jetzt bin ich auch raus. Das heißt, dieses Gerät, Atem Mini ist das, gibt es in drei verschiedenen Ausführungen. Atem Mini, Atem Mini Pro, Atem Mini Pro ISO. So, und jetzt noch mal zwei weitere, nämlich größere. Das kann ich auch mal kurz zeigen mit dieser Kamera. Das ist dann Jena. Der ist dann also noch breiter, der nicht nur vier Quellen machen kann, sondern acht Quellen und deswegen auch für mich ein bisschen interessanter ist, weil ich da natürlich dann die verschiedenen Quellen hier anschließen kann. Und vor allem auch die lustigen Spielereien, wie hier, dass ich also uns hier da rein rausblende und alles ganz wild machen kann, denn locker hinkriegen kann. Und uns auch beide wieder zuschicken kann. Also das geht alles. Das ist auch gleichzeitig die Möglichkeit, sehr einfach etwas zu machen, was du ja auch mittlerweile fast täglich machst, solche Zoom-Konferenzen. Du machst ja auch Zoom-Beratung. Also Kunden können sich einfach mit dir da die Kameras anschauen. Das, was wir eben gemacht haben, kleine Handkamera, dass du dann Details zeigen kannst, kannst du halt hierüber dann auch sehr schön machen. Für die, die einfach nur mal ihr Bild besser in Zoom reinbringen wollen, da hast du ja auch dann Lösungen dabei. Da schalte ich mal auf den, wo haben wir den Rechner dran, das ist der Nummer 5, das, über Apple TV. Okay, kein Bild, kein Ton, wir kommen schon. Zack, hier haben wir unser aktuelles Bild des YouTubes. Das sieht man auch, dass man immer so 15, 20, 30 Sekunden Verzögerung hat und dass du gerade auch eingeschlafen bist. So, deine Webseite und da hast du ja eine neue Geschichte drauf gemacht bei aktuelles Digital Pakt Schule. Hier, was ist Digital Pakt Schule? Da hast du ja verschiedene Zusammenstellungen drin, da hast du aber auch weitere Informationen drin, wie hier zum Beispiel. Es gibt ja von sehr vielen Herstellern mittlerweile, ich gehe mal hier, Kameras als Webcam nutzen, mehr Informationen. Da ist eine Übersicht dabei, welche Kameras mit der Herstellersoftware direkt dann auch schon als Webcam genutzt werden können. Da hast du also aufgeschlüsselt nach hier, Canon, Fuji, Nikon, Panasonic, Sony. Gleich auch passende Links sind hinterlegt. Genau, da sind also dann die Links, wo ich mir dann die Software runterladen könnte. Also sehr komfortabel. Da muss man natürlich dann drauf achten, dass zum Teil die Kameras dann nicht mehr den Ton bringen. Das ist also da so eine gewisse Einschränkung dabei. Da muss ich mir also auch nochmal einen Kopf machen, wie ich da vernünftig an den Ton komme. Genau, du verwendest da auch gerade so, ich zeige mal drauf, guck mal hier, wie cool. Corona-konform kann ich drauf zeigen. Das ist also, wie du es jetzt verwendest, ein kleines Funkmikrofon, da komme ich auch nachher nochmal drauf, was da sehr, sehr gut geeignet ist und für dann auch den Anschluss direkt an den Rechner ist. Das, was du gezeigt hast, nämlich mit den zwei Sendern, da ist nämlich der Empfänger gleichzeitig auch ein USB-Interface, wo wir die Möglichkeit haben, auch das direkt an den Rechner anzuschließen. Das heißt, Zoom nutzt dann das zum Beispiel auch als Tonquelle. Also eine sehr geniale Geschichte. Und wenn ich das nicht habe, mit der speziellen Hersteller-Software, da gibt es ja immer dann auch nochmal den Cam Link, der klassische Elgato Cam Link, den du ja sehr wahrscheinlich auch da hast. Habe ich da und der war halt in der ersten Corona-Zeit einer der meistgefragtesten Artikel. Das war Gold. Und das war Gold, genau. Aber auch nochmal bei Rode nochmal ganz kurz, das ist vorhin, und das finde ich total interessant, diese Wireless Go, die kann ich auch als Reporter-Mikrofon ja ganz schnell nutzen. Das heißt, wenn ich mal was machen möchte, also ich bin jetzt YouTuber oder irgend sowas, kann ich einfach draufstecken und Corona-konform jemanden das einfach hinhalten. Oh, mein Arm war abgeschnitten. Genau. Aber das ist halt auch total, da sind Lösungen, da sind Ideen, das ist echt faszinierend. Wir sind momentan in so einer Branche, die einfach Spaß macht. Ja, Wahnsinn. Das ist jeden Tag was Neues. Und da sind auch dann bei den Kameras jetzt zum Beispiel, ne, gehe ich jetzt nicht hin, weil ich gerade am Laden bin. Ich verwende zum Beispiel als Webcam bei mir die Sony X-T200, weil ich hier nämlich auch direkt in der Firmware schon eine Webcam-Funktionalität drin habe. Das ist also eine ganz coole Geschichte. Fuji meinst du? Fuji für die X-T200. Was habe ich denn gesagt? Sony. Ah, ist ein bisschen später, ne? Genau, die Fuji X-T200, das ist also eine ganz coole Geschichte, da kann man das also ganz toll mitmachen, aber auch andere Kameras sind da ja extrem cool dafür, wie jetzt hier zum Beispiel, ich darf dich mal wieder kurz wegbeamen, die G110 von Panasonic, die ja gerade auch für das Locken hochinteressant ist, wo man nämlich auch diese Nokia-Technologie mit den drei Mikrofonen drin haben, ne? Wo ich also sage, entweder habe ich einen Surround-Sound, Front, Back, oder aber es wird dann sogar geguckt, ne, da wo es Gesicht ist, wird dann auch der Ton nachgeführt. Also echt abgefahrene Geschichten. Und ja, bei dem Thema Video, ihr habt gemerkt, da komme ich auch immer wieder drauf, ne, da haben wir mittlerweile schon Dinge hier mit 4-Perf, 4-Perf, Anamorph, 4K, wo dann also das Bild so aufgezeichnet wird und dann halt über dann ein Entzerren, ich dann halt so dieses klassische, cinematische, breite Bild bekomme. Also das haben wir da alles möglich mit diesen Dingen in verschiedenen Abstufungen und so weiter, ne? Also da gibt es nichts, was es nicht gibt. Das Thema Ton, wie gesagt, liegt mir da auch sehr, sehr am Herzen. Du hast eben schon die rote Funkstrecke angesprochen, aber auch so diese Aufsteckmikrofone, die aber ja auch mit den Funken kombiniert werden können. Hier das, was du verwendet hast, das rote Wireless Go, die Zoom-Mikrofone, die dann aufgesteckt werden. Das hatten wir vorhin schon angeschaut, Digital Audio. Also es ist unwahrscheinlich, was es da heute gibt. Sony mit einem neuen Funkmikrofon, was mit Bluetooth arbeitet. Weißt du, jetzt kommt die Testgeschichte, um zu gucken, ob du noch wach bist. Woher kommt der Name Bluetooth? Hä? Äh, Blauzahn, das war, ja, 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 ja. Du passt bei meinen Vorträgen auf, finde ich ja gut, ja? Ja, genau, richtig. Das war der Harald, um dich da zu retten, weil wenn ich jetzt Multiple Joys, wenn ich Multiple Joys machen würde, hättest du jetzt dann schon gewonnen, ne? Weil das war nämlich dieser nette Mensch, der nicht jetzt mal wegblende, der Harald Blauzahn. Und da wissen wir auch, wo das Symbol herkommt. Harald Blautat, ne? Harald Blauzahn. Kombination, das H und das B gibt das Symbol. Und der hat nämlich die Stämme in Skandinavien geeinigt. Und das war ja Ziel auch von Bluetooth, Dinge zu vereinigen, ne? Also, äh, du hast dich gut geschlagen jetzt beim Klima Blauzahn. Das freut mich. Äh, also wir haben aber auch dann Tonrekorder, die da super gut sind, von kleinen Dingen bis hin zu größeren, wo ich halt sechs verschiedene Quellen machen können. Hier ja auch nochmal, hier ein Kollege von dir, der das da auch verwendet, hier dieses Rode Wireless Code, das ist mittlerweile ja so eine Standardgeschichte. Also, ganz tolle Sachen und, äh, hier ist ja der Fussel da drauf, ne? Äh, die, die tote Katze, oder in dem Fall ist es ja eher eine tote Maus, also was ganz Kleines. Der Windschutz. Und wie wichtig das ist, das möchte ich jetzt zum Schluss nochmal kurz demonstrieren. Ähm, hier habe ich nämlich mal Folgendes gemacht, das ist quasi so das Making-of. Kamera, hier eine Bluetooth-Box, ähm, und da ein Ventilator auf voller Geschwindigkeit. Und jetzt hören wir uns zunächst mal an, und das da oben ist das, was die Kamera hier gefilmt und den Ton aufgezeichnet hat. Und gucken wir mal. Klar, ohne Windschutz enorme Nebengeräusche. So, aber nicht nur, wenn wir frontal drauf gehen, sondern auch von der Seite. Also, kann man sich nicht anhören, ne? Das ist also ganz fürchterlich. Von hinten nochmal ein bisschen stärker. Also, ich höre die Musik eigentlich kaum. Also, nicht so dolle. Und jetzt mache ich mal den Windschutz drauf. Kleiner Puschel. Jetzt knistert es natürlich erstmal, wenn ich das Ding drauf mache. Und schlagartig höre ich die Musik. Und jetzt höre ich den Motor des Ventilators, aber nicht die Windgeräusche. Und jetzt weder Motor noch Windgeräusche. Und jetzt wieder nur der Motor, nicht die Windgeräusche. Also, sehr, sehr coole Geschichten, die wir hier haben. Mit den Windschützern verwendet die bitte. Also, das ist nicht einfach nur irgendwie, es sieht cool aus, sondern bitte, wenn Wind ist, verwenden. Und tut dann auch das, was ich hier gemacht habe, nämlich mit einem Kopfhörer dann auch möglichst den Ton abhören. Dann höre ich nämlich auch, wenn so Probleme auftauchen. Oder so in ihrem Monitoring, wie ich hier so in der Billigversion mache. Das hier sind die richtig Schöne, wo ich das also dann machen kann. Ich habe es eben vom Stativ runtergemacht. Da guckt auch das Thema Stabilisieren ist natürlich mittlerweile auch ein bisschen breiter. Das ist so ein Stundenvideo von mir über Stative, wo ich auch hier mal so Belastungsteste mache. Aber so ein Tischstativ sollte man auch immer mal mitnehmen. Stabilisieren wird ja heute zu großen Teilen auch gar nicht über Stative mehr gemacht, sondern mit, ja, das so ein Ding nennt man Gimbal, nämlich den elektrischen Gimbals. Hast du auch da, ne? Ah, du bist schon vorbereitet, ja. Weil diese Gimbals, die ja diese ganzen Bewegungen der Kameras ausgleichen, diese Gimbals, die es ja für Smartphones gibt, für mittelgroße, für große Kameras, in den verschiedenen Bauarten und so weiter, die ja auch vernünftig bitte ausgerichtet werden, ja, das sind so die vier Stufen, wie ich sowas ausrichte, die kann ich natürlich besonders witzig dann auch führen. Und da blende ich dich jetzt mal ein, weil du hast da was ganz Cooles, nämlich das Manfrotto Boom Paul, ne? Genau, das ist obendrauf normales, ein kleines Gimbal, das Mono Osmo 3. Und dann ist das halt praktisch, ich weiß gar nicht, ob das alles jetzt drauf kommt, aber ich glaube, der ist bis zu einem Meter, warte mal, jetzt muss ich gucken, so ist es sichtbar, ne? Mehr noch, mehr noch, ja. So rum, ne? Ja. Ausziehbar und damit kann ich halt einfach auch mal ganz andere Effekte dann auf einmal erzeugen, ne? Also, wenn man eine ordentliche Größe hat, bin ich dann plötzlich mit der Kamera auf 3,50 Meter Höhe, kann da quasi wie mit einem, der Profi nennt es Jib, ne, mit so einem Schnuddeliewutsch das denn da führen. Der Gimbal sorgt dabei als Ausgleich dafür, dass da halt jetzt nichts wackelt oder sowas, also sehr coole Geschichte und die Besonderheit ist halt, dass sich das sehr gut zusammen machen lässt und auch gleichzeitig einen sehr stabilen Griff dann auch hat, ne? Genau. Du kannst natürlich davon ausgehen, dass, warte mal, äh, Kabel, so. Schwupp. So, ich hör dich gerade nicht, Augenblick, muss wieder mein Knopf ins Ohr, dass es da kein Feedback gibt. So, Baba hat natürlich auch, ne? Weil das ist wirklich eine extrem coole Geschichte und sehr schnell einstellbar, ne? Ja, ähm, kurz, lang machen. Ich kann, ähm, hier auch nochmal die Bodenplatte nochmal verlängern. Also, eine sehr, sehr, sehr coole Geschichte, ähm, die mittlerweile ja von vielen, die so ein Gimbal haben, auch sehr gerne, äh, genutzt wird, ne? Wichtig ist auch wieder dann zusammen. Ja, und auch eine kostengünstige Lösung, ne? Ja. Also, es ist nicht so, also es ist jetzt aus Carbon, muss man sagen, damit leicht, das ist ja auch wichtig, ne? Wenn ich schon Kamera hab, drei Kilo Gimbal, anderthalb Kilo bin ich bei fünf und wenn das Ding jetzt hier auch noch fünf Kilo wiegt, dann muss ich mal so zehn Kilo am Arm haben, ne? Also, das ist relativ leicht. Genau, das ist relativ leicht und hat hier auch nochmal jede Menge Befestigungsmöglichkeiten. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel dann meinen Monitor dran machen, ähm, dass ich hier die Kontrolle dann habe, äh, wie ich das hab, Monitor oder Smartphone, die sind ja heute auch als Monitor am Gimbal sehr, sehr gut verwendbar. Ähm, das Ganze noch in Kombination hier mit solchen Kabel, äh, Geschichten ist natürlich dann auch sehr cool für Actionaufnahmen. Und so haben wir ja früher Actionaufnahmen gemacht und, äh, ja, ne? Das ist dann so die, die Geschichten, die es da heute gibt. Ähm, mittlerweile Actionaufnahmen macht man natürlich, auch wenn das hier eine professionelle ist, die RX0, römisch 2 von Sony, ähm, professionelle Dinge. Die Dinger werden trotzdem halt, so wie man jedes Papiertaschentuch heute Tempo nennt, sind es trotzdem GoPros. Kennst du nicht nur GoPro, kennst du auch GoAmateur? Nee. Das sieht dann so aus, ne? Ähm, also die Kameras halten heute gigantisch was aus. Hier übrigens ein Bild vom Lukas Furtenbach, das ist ein Bergführer, äh, hier am Everest mit der GFX100, mit der alten noch, äh, wo er 4K-Videos auf Vollformat gedreht hat, äh, auf Mittelformat gedreht hat, also wirklich sensationell. Und was die Kameras leisten, das will ich euch auch nochmal kurz zeigen. Und zwar, das ist von diesem, äh, Winterbiwak im Schwarzwald vor zwei Jahren, wo gerade die neue Olympus rauskam und wo man gesagt hat, die ist ja ultra robust. Und ich glaub sowas ja nie, ne? Ich muss sowas immer ausprobieren oder aber, clevere, lassen ausprobieren, ne? Und wir schauen uns das jetzt mal an. Ich blende uns beide mal aus. Schwupp. So, nämlich dort, du ahnst es jetzt schon, was da kommt, weil du kennst das im Zweifelsfall. Richtig. Ich bin der mit den warmen Sachen an. Allerdings merkt man viel mehr aus. Ja! Also, wir sehen, nicht nur die Kamera hält was aus, sondern auch die, ja, äh, die Nutzer der Kamera. Aber, äh, wichtig ist aber auch immer, deswegen immer mit vielen Kameras filmen, was sich seitlich dann abgespielt hat. Achtet mal bitte auf die Tonspur jetzt. Aber ich denke noch zwei, dreimal, dann haben wir es im Kasten. Zwei, dreimal, dann haben wir es im Kasten, ne? Äh, da kann es nur eine Antwort geben. Leckt mich am Arsch! Genau, ne? Leckt mich am Arsch. Ähm, ich überspringe jetzt mal so ein paar Dinge. Fragen sind zwischenzeitlich ja auch noch nicht so großartig gekommen. Nein, aktuell nicht. Gut, ähm, aber Sie hören alle sehr aufmerksam zu. Der Band zu, sehr schön, fällt keiner weg, ja. Wir haben gegen das starke Wetter gekämpft hier. Ja, klar, ne? Ach so, und jetzt ist es ja, jetzt wird es ja langsam dunkel draußen, ne? Und dann kann man auch wieder rein. Hier nochmal ein paar Aufnahmen von Frank Leins zum Thema des Filtereinsatzes, ne? Wo man also einfach dann durch Verlaufgrau-Filter, die richtig kombiniert werden, natürlich traumhaft schöne Geschichten dann auch machen kann. Und das ist dann auch so ein bisschen meine, meine Abblende zu dem Thema, wie wir es hier auch haben. Das sind natürlich keine aktuellen Bilder. Ähm, das Thema Foto-Workshops. Es wird sie wieder geben, sodass man da mit Spaß dann fotografieren kann, sich die neuesten Zubehörteile anschauen kann. Auch natürlich das Thema Video, was du ja auch dann ganz stark hast. Äh, wo wir auch hingehen können, das Thema, so können ja professionelle Videos aussehen, wo man jetzt zunächst mal sagt, das sieht aber scheiße aus, ne? Äh, das sind ja sogenannte Log-Aufnahmen, wo wir dann ähnlich wie bei einer Rohaufnahme im fotografischen Bereich ja dann auch nochmal nachträglich, da nennen wir es halt Gradern, ganz besonders schön hinbekommen, ne? Und ich freue mich schon auf die Möglichkeit, mal wieder so alles neben dem Hotelbett dann da aufladen zu können, äh, wenn wir mal wieder unterwegs sind. Achte deswegen drauf, das meiste ist ja heute schon per USB ladbar und auch versorgbar. Also alles ganz wichtig. So wie ich da eben hier auch, da ist mir kurz der, 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 der Strom, der Funke hier für mein In-Ear-Monitoring, äh, leergegangen. Dann einfach kurz ans USB und es läuft weiter, ne? Da kann man das also dann entsprechend machen. Äh, wichtig ist ja auch, dass man da entsprechend die Orte besucht, wie hier Flayern-Fahlenbock völlig allein in der Natur steht, ne? Ihr wisst, wie die Realität heute aussieht. Um dieses Bild zu machen, steht man heute Schlange, ne? Ähm, also das war's soweit von meiner Seite aus. Wir stehen natürlich jetzt hier noch, sowohl ich als auch er, für Fragen zur Verfügung. Ähm, ich hoffe, alle wesentlichen Punkte, die du vorher schon gesammelt hattest, äh, hab ich, ähm, beantwortet. Äh, ich hoffe, es sind keine wesentlichen Fragen offen geblieben. Wenn ja, dann ist das jetzt für euch die Gelegenheit, intensiv nachzuhorchen. Genau. Wir warten einfach mal, ob jetzt noch aktuelle Fragen kommen. Wenn nicht, schreibt ihr, wenn ihr noch wach seid, dass es schön war. Wichtig ist auch, ne, wir sind weiterhin da. Click & Meet ist aktuell, ähm, äh, machbar, ne? Da können wir ruhig Termine vereinbaren. Wir haben viele Artikel da, auch viele Artikel, die momentan ein bisschen rar sind, ne? 100 bis 500 RF oder eine R5, äh, ist aktuell Lagern, ne? Das sind so verschiedene Artikel. Hier ist eine Frage. Neuen Auskunftskassen. Gibt es Neuigkeiten zur Alpha 7 4? Ähm, ähm, also es heißt ja, die Hersteller sagen dann ja immer schön, Leider können wir keine Auskunft zu, äh, zukünftigen Modellen geben. Ich bin ja kein Hersteller, äh, kann aber trotzdem nichts sagen. Ähm, ähm, aber Sony ist natürlich immer dafür gut, ähm, neue Modelle rauszubringen und auch im relativ sauberen Wechsel neue Modelle rauszubringen. Ähm, ähm, es ist klar, dass sich da Sony nicht lumpen lassen wird und dieses Jahr nicht nur mit der A1 eine 7000 Euro Kamera rausbringt, sondern natürlich auch unrum was, ne? Ähm, ähm, also da kann man sich sicherlich drauf freuen, wann auch immer und wie auch immer und was auch immer da kommen wird. Aber es wird nicht langweilig bleiben. Das glaube ich auch und es sind ja viele Neuigkeiten, muss man ja auch fairerweise sagen, ne? Durch aufgrund letztes Jahr des ersten Halbjahres in die zweite Jahreshälfte geschoben worden, dadurch haben wir halt so ein bisschen natürlich den Versatz, ne? Aber man sieht das jetzt ja auch bei den drei Objektiven, die gekommen sind und, ja, wie du sagst, du weißt ja eventuell, was schon ein bisschen im Petto ist, ne? Wie gesagt, die Hersteller lassen sich nicht lumpen. Das Schöne ist ja, dass wir in einem Markt sind, der sehr, sehr stark von Wettbewerb dann auch lebt, ne? So, da kommt der eine dann halt und bringt halt 8K raus und alle anderen, uah, jetzt wird nur noch die gekauft. Dann kommt der Nächste und sagt, ja, bei uns können wir sogar richtig 8K machen und lang machen. Dann kommt der Nächste und sagt, wir können aber sogar dann 30 Bilder pro Sekunde machen. Was Olympus ja auch schon lange mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde, aber ohne Autofokus, jetzt bei einer A1. Wahnsinn, ne? 30 Bilder pro Sekunde mit Autofokus, mit Rohdaten runterschreiben und so weiter. Also es ist schon unwahrscheinlich faszinierend, was da geht. Das Schöne ist aber, dass die Kameras ja nicht schlecht werden. Und das hier ist für mich so ein bisschen das Ding, mehr brauche ich nicht zum Fotografieren. Das ist die Harman Titan, Untertitan mache ich es ja nicht, ne? Harman Titan, das ist eine Kamera mit ohne Objektiv. Da ist einfach nur ein Loch drin, ne? Eine Lochkamera, Blende 260 übrigens. Und da habe ich hier ganz normal 4x5 Zoll Filme, kann ich da reinschieben. Bitte nicht so leichtsinnig wie ich jetzt hier. Also ganz einfach ein normales Rückteil dran, wie wir es bei den Großformatkameras haben. Kein Autofokus, keine, garantiert nicht, 30 Bilder pro Sekunde, gar nichts. Brauche ich eigentlich nicht. Aber damit jetzt die Tieraufnahmen zu machen, wird ein bisschen schwierig. Und das ist für mich eigentlich immer so die Geschichte, wo ich sage, natürlich gibt ja viele, wenn ihr jetzt mit anderen sprecht und guck mal hier, da kommt ja die Neue. Da gibt es immer wieder Leute, die dann sagen, ja, so ein bisschen, hm, das, also, es macht ja immer noch der Fotograf das Bild. Das stimmt auch, aber bitte mit dem richtigen Werkzeug. Und die Arbeit jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Hund habe, dann freue ich mich ganz einfach drauf, dass ich die Möglichkeit habe, 30 Bilder pro Sekunde mit Augenautofokus und so weiter bei dem Viech zu machen. Weil ich ganz einfach natürlich mehr und einfacher tolle Bilder bekomme. Und ja, ich habe auch früher schon scharfe Bilder, auch manuell Fokus scharfe Bilder vom Mund gehabt. Aber mit sehr viel Erfahrung und mit sehr viel Ausschuss. Und deswegen einfach freuen über diese neuen Entwicklungen. Es ist niemand gezwungen, die zu kaufen. Also, das ist ja auch nochmal das Schöne. Wir können uns ja auch langsame Kameras denn entsprechend nehmen. Wir können uns Kamera nehmen. Hast du auch gebrauchte Kameras da? Mal, ja, mal, nein. Nicht so richtig, wir machen das so ein bisschen. Also, trotzdem mal nachfragen, unterm Dresen, ne? Unterm Dresen gibt es das dann mal so. Also, ja, also man kennt dann halt einen Kunden, der halt sich die neue schon bestellt hat. Und dann bringt man die in Verbindung, weil du willst nicht unbedingt über den Tisch haben, weil da hast du keinen Spaß dran. Weil lieber sollen das dann die Kunden unter sich ausmachen und dann passt das dann auch. Ist ja auch okay. Aber, wie gesagt, da könnt ihr das gerne auch so dann nutzen mit all diesen Möglichkeiten. Sind zwischendrin noch Fragen? Sehr interessant, sagt Burkhard. Danke sehr. Genau, sehr interessant, sagt Burkhard Schäber. Genau. Nee, aber ich glaube, wir haben sehr, sehr viel abgearbeitet, Martin. Das ist, vielen, vielen Dank. Sehr interessant gewesen, auch für mich, ne? Man lernt ja nicht aus, ne? Auch nochmal auf Vogtländer möchte ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, wie gesagt, also diese Möglichkeit, es ist faszinierend. Wir haben letztes Jahr diesen Koffer auch zweimal gehabt und man glaubt es nicht. Ich habe einen Kunden gehabt, der dann sagte, nee, Weitwinkel nicht und dann 15 Millimeter darunter nicht. Entschieden hat er sich nachher für 10 Millimeter, ne? Man muss einfach durchschauen, man muss einfach durchschauen, die der Faszination dann plötzlich erliegen. Erliegen, ne? Wow, das ist es, ne? Und die Qualität, die Haptik, das ist echt faszinierend, ne? Das ist schon toll. Ja, also, vielen, vielen Dank, dass du dir so spät die Zeit noch genommen hast. Ja, man kann ja eh nicht im Biergarten, ne? Dann kann man auch. Genau, genau. Was willst du auch sonst, ne? Was willst du zu Hause? Ja. Nee, aber wir werden das mit Sicherheit wiederholen. Unser nächster Live-Talk ist speziell mit Canon jetzt nochmal geplant, wo wir mal über die R5 und die R6 speziell reden werden. Kannst du hier in das Mikrofon reinsprechen? Und jetzt auch die M50, ne? Ach, danke. Und das sind nochmal so ein paar Themen, die anstehen. Und wir beide finden bestimmt auch ein Thema. Ich habe, das habe ich dir vorhin noch gar nicht erzählt, aber das möchte ich unbedingt angehen, sind die Ferngläser. Und da denke ich auch mal, werden wir zusammenkommen. Hier ist noch eine Frage reingekommen. Warte mal eben. Ja, formulier sie mal. Pass aus. Wir sehen uns im Geschäft. Schöne Ostertage. Ja. Ist ja keine Frage, ne? Genau. Und, ähm, ja, also wie gesagt, wir werden das in regelmäßigen Abständen wiederholen. Ähm, und, ähm, dann abschieben wir uns beide. Ja, beim Thema Ferngläser haben wir ja auch alle Möglichkeiten. Also nicht nur hier. Das hier ist jetzt zum Beispiel eines von Fujifilm, was ich über einen Austausch der Okulare zum Nachtsichtgerät machen kann, weil es jetzt hier ist ja langsam schon wieder dunkel unten. Wir werden die übrigens auch führen, also das kann ich auch schon sagen. Sehr cool. Und hier eines mit einer sensationellen Stabilisierung. Also es gibt ja einige normal stabilisierende. Das ist jetzt eines aus dem militärischen Bereich raus mit wirklich wahnsinniger Stabilisierung. Äh, hm, das, wenn du es hinstellst, nachdem du es angemacht hast, so eine Minute lang ist dann noch so der Gyro-Kreisel am Drehen, ne? Also, Wahnsinn. Solche Dinge wirst du dann auch haben. Sehr schön. Also da können wir uns auch gerne mal drüber unterhalten. Das ist natürlich bei uns hier an der Küste auch sehr, sehr sinnvoll, ne? Das ist so. Genau. Wenn man an der alten Liebe bei uns steht und du sehen kannst, was der Kapitän für einen Kaffee trinkt. Ihr seid die mit der Kugelbarke, ne? Kugelbarke, ja, alte Liebe und Kugelbarke. Wahrzeit ist unsere Kugelbarke. Kennen wir doch. Da habe ich doch für die Kugelbarke, habe ich ja das Richtige hier. Was kommt jetzt? 10 mal 70. Das ist also dann so was gescheitzt. Also, weil normalerweise 10-fach ist natürlich bei starkem Wind, Maritim immer ein bisschen problematisch. Aber mit dem 70er Objektiv habe ich natürlich eine sehr große Austrittspupille, sodass ich das auch ohne Stabilisierung relativ gut halten kann. Und viel Licht reinbekommen auch in der Dämmung. So, keine weiteren Fragen? Nein. Dann bedanke ich mich bei allen für die Aufmerksamkeit. Die Aufzeichnung haben wir ja dann auch noch mit drin. Genau. Und ich muss ja den Stream stoppen, weil ich hier die... Du musst es beenden. Also, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Zuschauer. Abonniert und unseren Kanal für weitere Videos. Wir würden uns freuen. Super. Also, tschüss. Das tschüss. Und beenden. Das...